Uiuiui Übertragung wurde beendet Ne, das ist doch gelogen Ah Da bin ich doch Nur Chat Anbinden Mega So Habe ich schon Sachen gemacht? Habe ich noch nicht Was habe ich denn da momentan? Schild ist knapp Wofür brauche ich das denn? Oh Increases max number of sentries by one Ja das ist ja süß Hallo Chat Greenscreen Ich mach kein Greenscreen mehr beim Stream Müt nicht Danke So Das Schild ist knapp Wo tue ich das denn hin? Danke Was nehm ich denn dafür raus? Das Wurmschall? Ne Das ist auch gut Den Sternenschleier nehm ich dafür raus Wie nett von euch Ja das Peter Ganz viele Dschungelsporen brauchen wir ne? Äh Nicht mehr So dürfte Lass dich nicht mehr schrägern Nachweiler So Ah Schön Wie nett von euch Kamera neben die Map Wir wollen Musik Hör dir doch Das ist mir sonst alles Das ist viel zu laut Ähm das Spiel Ich kann selbst zum Beispiel nicht verstehen Wenn wir kämpfen Danke Okay Wollen wir doch einfach lauter? Ne geht nicht Wir müssen bei plus 20 Bist du auch 20 Ich bin schon auf plus 20 Das ist die Sitzerei my friend Kamera neben die Map Ja das kann ich machen Äh Da Da Guck mal hier Jetzt wer hat dafür gemacht Was ist denn für ne Kuppe Stroh? Alter Okay Alles klar Grünes Team Ja ja ganz ruhig Leute So Danke Also um dieses Schwert weiter zu upgraden Brauch ich das zerbrochene Heldenschwert Das wird von Mothron gedroppt Und das passiert nur während der Sonnenfinsternis Danke schön Dass dieser fette Gegner überhaupt aufkommt Danke Hatten wir schon mal ne Sonnenfinsternis? Ne Äh ne Hatten wir noch nicht So Jetzt hab ich doch 25 Von diesen komischen Bläh Wie Verteidigermedallien Jetzt ist die Frage Kaufe ich davon Äh Wirst du in des knappen ist ja jetzt blödsinnig Ne Wir brauchen doch die Verteidigerdinger oder nicht Ja das heißt ich würde jetzt hier zwei Verteidigerdinge holen Welches denn? Ein Flammenstock Ja Flammenstoßstock Ich hab die Ballista schon geholt Kamera bitte über deinen Charakter Alles klar Kann ich auch so machen Ne Nichts von euch So Jetzt ist So ist gut Ähm Also sieb dann hole ich mir die den Flammenstoßstock Ja also den C2 von dem was ich habe Top perfekt Chat wir sind uns einig Wie ich gut Also entweder holst du Flamme oder Ballista die ich habe Ja Flammenstoß hab ich gut Ähm Danke Weil eigentlich Eigentlich weiß ich nicht Ähm Brauch ich das T1 Ding dann überhaupt noch? Wahrscheinlich nicht oder? Ne Kannst verkaufen wahrscheinlich Ne das kannst du verticken Boah mega für 80 Silber ist ja der Oberschnitt Geil Geil So Du musst ja mal ein Diamant holen Du musst das kürze versetzt Ach ja stimmt Zoom Ich hab noch nicht gezoomt Leute Warum sagt ihr das denn nicht? Ach stimmt Ich kann wieder raus 130 oder wovon habt ihr mal gespielt? 135 Alter Da siehst ja nix Holy shit Alter Oh mein Gott Oh mein Gott Sehr nischt Okay Also ich kann wieder Wir müssen auch reden Ich bin gerade im Dschungel sehr tief Lass mich einmal sterben Das dauert ja nicht lang 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 So pass auf Ja ich will dir gleich sterben Auf 130 Dauert ja nicht lang Zoom Abstimmung 105 Alter jetzt ploppen wir auch alle Zeit Da hin drauf Kein Zoom 110 120 130 Warum Zoom? Geht auch 69 117 117 Wie weit können wir maximal zoomen? Das hab ich noch nicht ausprobiert 200% Yo Man sieht den Charakter wahrscheinlich echt groß Also du bist jetzt rechts bei mir genau am Bildschirmrad Sepp Ach krass Ey ich komm zurück So ist doch optimal Bevor ich gleich wieder verrecke Ja das ist halb so groß wie das Bild was ich sehe Du bist bei ein Viertel von meinem Bildschirmrand Also wenn du so spielst macht das Sinn Also wenn du so spielst macht das Sinn Also wenn du so spielst macht das Sinn Ja 130% suchen wir es auf welchen Ordnung Lassen wir die Zoomfragen Chat Zoomfragen abgeschlossen Dann werden die Wellen Action reicher Okay Jungs Danke Cam größer als der Mathe Profi Mein Maserati fährt 210 Stimmt Jeder ist bereit Äh ja warte mal Ich hab so einen Flammenstoßstock Ich hab die Kücher Wir können los Wo ist denn die Arena? Hä? Ach hier ist die Mitte? Holy shit Wie gewünscht hab ich umgebaut Aber das ist nicht weiter weg O.O Det ist doch nicht weiter weg Fest was soll das denn? Das ist das moment das Maximum Haa Das istπ créds ned Aber wo spielst du da eigentlich Döööööööööööööööö Bäm 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 He Oakley Ents 6 He青 Ich habe leider nur zwei Seiten ники Verwerb Ich hab keine Socle Die kann auch ne andere, aber Christian, ich krieg hier bei alle meine, meine sind nämlich, ich hab eh nur T2, T1. Ach, wie nett. Virix, danke für die Gifts. Ach, je nachdem wie hoch meine Maus ist, ist das der Ton? Oh geil, dann kannst du wohl spielen. Dann treff ich nichts. Alter. Der Schaden ist immens. Oh mein Gott, ich hab mich auch gepasst. Boah! Boah! Ja guck mal, 800 Schaden, Mann. Ballista, die war geil. Willst du gar keinen Mahler mehr haben? Nee, ich hab eh nur für einen. Warum hast du überhaupt hier, was die Balliste macht alles Fehler? Das stimmt doch auch. Hä, aber konnte sich nicht jeder jetzt T2-Ding machen? Oh. Ne. Oh, wir hatten noch 25, oder? Das hab ich auch nicht kapiert, warum dann nicht jeder konnte. Danke. Wir werden unterschiedlich viele Sachen danach, Chris. Okay. Warum krieg ich denn die meisten? Das verstehe ich nicht. Vielleicht ist das ja auch random. Ungerecht, ungerecht behandelt. Ungerecht bevorteilt wird Jay. Ich hab kein Glas. So ne Scheiße. Ich hab tausend Sachen geholt außer Glas. Aus der T-Kerze kann ich nicht trinkt. Ein bisschen Tennis auf, wenn es schön breit ist. Die Kamera sieht super, ein bisschen, ein bisschen mehr. Dann sieht man noch mehr. Ah ja, stimmt. Ich weiß nicht, wie viel leichter die ersten Wellen sind im Vergleich zu der allerallerletzten. Oh ja. Das ist wirklich so. Musst du dir jedes Mal die kack-leichten Wellen geben, nur um danach zu verkacken. Okay, ich hab 17. Das heißt, ich geb dir jetzt sofort noch 7, Jay. Ja, wieso kann ich keinen mehr stellen? Ach, Chad, ey. Warum kann ich die Kamera denn nicht da lassen, wo die letzte Mal war? So. Kann ich auch kleiner machen. So. So, jetzt besser? Bitte nur camp. Alles klar. Hier. Boah, wie das gerade mega abgeht, Leute. Das hätt ich mir gar nicht vorstellen. Alter, ich hab'n. Warte mal, Christian. Warte mal, Christian. Ich mach mal ein bisschen mehr... Farbe bei dir. Ähm, ich hab grad so'n Banner gekriegt. Macht das Sinn, den hier aufzuhängen? Wahrscheinlich schon. Kannst du das aufhängen? Irgend so'n Drakin-Banner. Das Problem ist, Sepp, kannst du hier mal irgendwo einen Block oder zwei Blöcke nebeneinander planten, wo ich so'n Banner dran aufhängen kann, während ich hier die Dinger neu. Ja, warte mal. Ich mach das hier oben. Nee, du kannst das hier oben hinbauen. Ah, ich darf nicht bauen. Wir dürfen nicht bauen, Christian. Stimmt, wir können ja nicht bauen. Es geht nur nach'n Fight. Nach'n Fight können wir das machen. Guck mal, Peter. Mich gibt's dreimal. Ist das nicht geil? Ja, die ganze Zeit schon. Das verwirrt mich schon total. Tut mir leid. Ich bin doch echt sinnvoll, quasi so'n Dach hier drüber zu bauen. Alter, Feder. Wir haben ja gar keine Schritte mehr. Ja, auch, dass diese Fliegedinger nicht so fliegen können. Das ist ja jetzt einfach. Das schaffen wir jetzt ja 100%ig. Aber wisst ihr, was ich meinste? Wenn die Feuer-Teile schießen, dann höre ich, ich höre von den anderen keinen mehr. Nee, da hörst du wirklich nix mehr. Ich weiß, dass du eins fehlen hast. Wow. Wir dürfen gleich nur nicht in Panik verfallen, wenn der Boss kommt. Geil, ich hab nix mehr zum Teil. Ich hab grad Öl gegessen. Ich hab keine Eiltränke mehr. Warte mal, Christian. Warte, 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 hier. Gönn dir. Danke. Brauchst du da welche? So nicht. Nee. Ich hab sechs. Wir haben null. Okay, ich hab sechs. Wir haben hier keine Dinge ins Heilungspacken mehr. Also ich kann nicht bauen währenddessen. Sphinx, danke für die Gifts. Nee, geht auch nicht. Ich muss weiter kämpfen. Oh, jetzt ist gerade gut. Jetzt sterben die noch. Das ist wie so ein Rudern. Ja, stimmt. Und eins. Und eins. Und eins. Voll gut. Auf der Seite ja mega easy. Ja, aber Welle sechs war immer mega easy. Die Frage ist, war das jetzt besser, Feuer oder der andere? Ich kann jetzt noch genau sechs bauen. Ich weiß, ich hab nur Feuer. Also wir haben nur Feuer auf der Seite. Oder A Cappella Rhythmus. Danke. Hat weiter weg als vorher? Danke Maestro. Okay, lass geht's. Richard Ghano. Richard Ghano. Das wäre sieben, ne? Ja. Das ist die letzte jetzt. Ja, das ist jetzt die letzte. Da muss die scheiß Dracking dann. Easy. Alter, schnell. Wir haben den Boss bei uns, ne? Alter, wie schnell. Der ist doch schon tot. Ja, aber er kommt jetzt wieder direkt. Wir brauchen euch eins. Komm mal, ich komm rüber. Ja, geh du mal rüber. Ja, die seid hier easy. Coming. Also die sterben noch im Portal, solange das keine Dracking sind, die so viel Leben haben. Easy. Jetzt will ich aber auch Rudat Münzen gleich kriegen. 2000 Schaden pro Sekunde. Wieso bleibt das auf 99 Prozent? Das ist doch beschissen. Ja, weil die Kücher, die Kücher müssen sterben, oder? Ja. Yes. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Nein. Wir haben es geschafft. Ja. Ja. Ich habe die unterschlagen. Ja, genau. Ich habe die nämlich Peter gegeben, damit wir bauen konnten. Ja, aber ich habe die wieder zurückgegeben. Ah ne, Moment. Die muss ich jetzt einsammeln gehen. Also da. Hey, 25 habe ich bekommen. Ach so, ich musste ja auch den Altar am Anfang kaufen. Der kostet nämlich auch welche. Laufen, Chris. Ja, ja, ja. Leute, ich bin zusammen, Alter. Ich baue mich irgendwo ein, stelle mich irgendwo hin. Doch, du kriegst ja am Anfang fünf geschenkt, Jay. Machen wir das andere für mich. Ah, dann kann das ja wohl doch. Kann da einer seine Box da wegbauen? Das wäre voll awesome. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, wer die da hingestellt hat. Was für eine Box? Meines hat nämlich nicht... Ihr habt das nach unten gebaut. Hier die, äh... Also dadurch, dass wir die Arena ja größer bauen sollten, mussten wir das. Ja gut, dann müsste er auch die Drohne unten sitzen. Wobei, da ist nur Bullshit drin. Oh, ne. Okay, der Barkeeper. War das denn schönes? Musst du uns klar? Ja, aber bringt uns das jetzt hier alles, was wir den Shit jetzt haben? 27 Abwehr, Alter. Ja, tschüss, Wurm-Shit. Haben wir jetzt diese Verteidigungsschacke gemacht? Dann können wir bei Nacht den, äh, Skeleton machen. Dafür haben wir jetzt grad das Tier... Achso, damit wir das nicht schwerer haben. Ja, also ich hole mir jetzt hier... Genau. Machen wir gleich das... Dann geh ich wieder... Unicorns Farm. Und... Dafür kommt der Wurmschall weg. Das ist Rüstung. Oh oh. Okay. Ey, Jungs, können wir da die Wend nochmal machen? Ich bräuchte mal 25 Verteidiger. Du kannst doch meine... Nein, ich dachte, das wäre ein Accessoire. Verdammte Scheiße. Dabei ist das so ein Rüstungsding. Das ist ja mega kacke. Also das ist super viel Abwehr. Ähm, also ne? Jetzt hab ich 47 Abwehr. Warte mal, was ist denn der Set-Bonus? Der Set-Bonus ist... Erhöhter Günstlingsschaden um 12%. Wenn ich das Ding anhabe, habe ich 15%. Also ist das schon... Ist das schon okay. Ich verliere allerdings auch einen Minion und 5%. Ja, mega. Das bringt mir... Ach, wir haben da jetzt dadurch, dass wir das geschafft haben, auch neue Sachen freigeschaltet? Ne, noch nicht. Also ich meine... Naja, noch nicht. Okay. Ich kriege halt super viel Abwehr dazu. Lohnt nicht. Lohnt sich. Alter, diese... Diese Mönchsrüstung klingt aber gar nicht so verkehrt. Die sollen wohl auch ganz gut sein, die Rüstung insgesamt. Achso, ein Großhelm des Knappen. Großhelm des Knappen. Ja, die Mönchsrüstung, die hätte ich kaufen sollen, glaube ich. Ich verstehe diese Rüstung nicht. Was heißt denn, dass man eine Sentry mehr aufstellen kann? Was bringt mir das? Auch als Peter als Kämpfer. Ich weiß nicht, wie viele... Wie viele Sentries wir... Ich hätte die kaufen müssen, Leute. Achso. Weil du die Sentries auch in der normalen Welt einfach aufstellen kannst. Und da kannst du zwei aufstellen statt einer. Ähm, genau. Leute, will jemand die Rüstung des Knappen holen? Weil ich hab die... Also... Ich hol mir die Rüstung des Knappen, glaube ich. Wenn du das machst, gib mir die Münzen. Ich hab die Rüstung schon. Ja. Münzen. Ich glaub, das klingt zumindest smart, ja. Äh, ja. Wie teuer war das? 25 wahrscheinlich, wa? Ja. 25. Alter. Dann lohnt sich das ja wirklich, dieses Event häufiger zu machen. Mhm. Puh! Dann kann ich nämlich die Münzen nehmen. Das ist nämlich dann ganz gut. Weil die fucking Rüstung macht 27 Abwehr. Meine... Meine Adamantit Brustplatte macht 16 Abwehr. Sollen wir das Event nicht noch zweimal machen? Warum hast du denn noch nicht die Hallowed Dingens gebaut? Die wat? Warum hast du denn noch nicht die Hallowed Rüstung gekauft? Aus den Hallowed Barren? Also ich könnte mir keine ganz... Ich könnte mir keine ganze Rüstung bauen aus den Hallowed Barren. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Okay. Deshalb wollte ich ja den Skeleton machen, damit wir uns endlich eine bauen können und den neuen Drill machen können und und und. Sollen wir eventuell noch zweimal das Event machen, damit wir uns das Set hier komplett holen können? Ich muss erstmal leider Munition farben. Also danach können wir gerne weitermachen. Nimm doch Billo Munition. Ja, das macht aber essentiell viel mehr Schaden. Also wirklich. Ich brauche halt Einhörner. Das ist mega nervig, dass ich halt die ganze Zeit Einhörner farben muss. Äh, Lahiri, die Spooky Rüstung, soweit ich das eben irgendwann gelesen habe, ist... Ähm... Äh... Äh, hier nach Plan Terra. Das Problem ist, ich kann das jetzt nicht mehr nachgucken. Dafür muss ich jedes Mal minimieren. Es kommt noch Tier 3 Gear für 75 Medaillen pro Teil. Ah, es ist Nacht, Peter. Jetzt kommt eh keine. Oh mein Gott. Können wir nicht bei Nacht eben den Dingens machen? Den Skeleton? Ja, wie gesagt, Jay hat halt dann keine gute Muni. Kriegen wir den nicht auch so hin? Kann ich dir nicht sagen, aber... Schleimfeld vom Himmel. Wer ist das jetzt für eine Scheiße? Oh, Slime King? Oh, Felix hat auch gegifftet, danke. Ja, Slime Queen. Nicht, dass das Slime Queen ist unbedingt. Und ganz viele neue Subs. Äh... Unter anderem von CrazyDog und Flat6... Ne, Flat6 hat neu gesubst sogar mit den Prime, dankeschön. Äh... Reacher Garno hatte ich, glaube ich, auch schon. Äh... FifthLeo hab ich immer vergessen. Exploder hab ich vergessen. Äh... Vett Medin the First... Was? Vett Medin the First. Vett Medin the First. Ha! Den hab ich auch vergessen. Tut mir leid. Wursti... Und Weissi... Und Germi... Germi... Was ist denn heute los? Germi... Wursti... Weissi... Und... Pricks. Dankeschön. So. Voss spawned. Okay. Zwei Bosse? Achso, hier sind überall schon Slimes. In den Crime? Zwei... Zwei... Äh... Stück wär auch neu. Ja, der ist jetzt mit dem Geburt. Danke. Jetzt schreibt der Chat zwischendurch, die Slimes müssen erst gekillt werden, damit der... damit der Boss überhaupt kommt. Ja gut, wir machen die alle gerade tot, ne? Bin ja nicht besonders stark. Da haben sie was. Da ist die Slime. Die ist unten, ne? Der ist der Schleimkönig, ja. Aber der ist halt wirklich die Loser-Variante. Peter! Ja? Hast du schon den... Tot. Äh... Woher? Der Schleimkönig wurde besiegt. Hast du schon den Titan-Handschuh? Ne, da fehlt mir noch... Was fehlt mir denn davon nochmal? Der kommt. Oh, der kommt jetzt? Schreib dir den Chat. Peter, wo bist denn du? Kim ist ein wenig dunkel. Ich hab den Power-Handschuh. Wieso kommt denn der Skeleton jetzt auch noch? Geil, wo hast denn du den Titan-Handschuh jetzt her? Ne, ich bin krass. Ne, sag mal ernsthaft. Der ist gedroppt. Als ob der... Bei Gegnern. Wait. Ah, warte mal. Wenn wir gerade bauen können, dann sollte ich dieses Drakin-Banner doch mal da bauen, wo wir normalerweise kämpfen. Wo ist denn das ungefähr? Ja, mach das. Oh, ich glaube ich hab mich vertan, Jay. Ja, aber das ist auch ziemlich gut. Ja, aber ich glaube den hab ich schon mal benutzt und mir was besseres gecraftet daraus. Soll ich das hier oben bauen? Den hast du schon. Ich hab das verwechselt mit dem, was danach kommt. Aber trotzdem. Zeig mir mal runter, zeig mir mal, wo wir kämpfen. Kannst du aber gerne wieder haben, wenn du möchtest. Wo wir kämpfen? Hier vorne. Hier ist ja die Mitte. Ne, danke. Wo ist die Mitte? Also vielleicht hier drüber? Ah ja, lol. Hier ist die Mitte. Oder hier drunter? Weiß ich nicht, macht das Banner in der Mitte Sinn? Also reicht das zu beiden Seiten weit genug? Ich würde das in die Mitte packen nachher. Wenn wir zurückgedrängt werden, dann ist das ja stärker. Ja, also. Runterhängen. Blutberg holen. Oh Leute, stimmt. Wie können wir da drunterhängen? Hopp. Also den Skeletten, den sehe ich hier noch nicht. Der sollte doch gleich kommen. Ne, was auch nicht. Hatte ich noch nen Banner? Hatte sonst noch irgendwer von euch nen Banner? Blauer Schleim, grüner Schleim? Ja komm. Ne. Weck den Dreck. Ich glaube ich hatte noch irgendwo nen Banner. Wo habe ich den hingetan, ist die Frage. Die können wir ja hier unten drunterhängen. Da, den Kobold Banner. Da steht, Schleimkönig fällt vom Himmel. Also Schleim fällt nicht mehr vom Himmel. Ich sehe da nix von. Also Schleimkönig ist schon tot. Nein, der Schleimkönig ist schon längst da. Ja ja, aber ich sehe da nix von Skeletten Prime. Ich könnte Skeletten Prime einfach rufen. Ne, nachher kommt zwei. Ach Quatsch. Das Banner hat früher nicht. Schleimkönig ist doch gerade, dass die schaurige Luft kommt. Banner ist nicht mittig. Ja, wir müssen jetzt alle stark sein. Ja, die Luft um dich herum wird kälter, steht da. Ich weiß aber nicht wofür das steht. Wo steht denn die Luft um dich herum wird kälter? Das steht da oben. Das steht da oben, bevor du dir das Schorn auf blauen Schneiden gemacht hast. Das ist mir egal, ich könnte auch Skeletten eben beschwören, wenn ein Boss bekommen wird. André hat einen Freund gefunden. Wenn euch langweilig ist, habe ich euch mal ein bisschen Action geholt. Er hat echt viel Leben, ey. Ja, eigentlich geht der super schnell down. Achttausend. Ja, der hat so viele, der hat so viele Elemente. Sehr schöne Luftdinger. Seele des Flugs 20. Jetzt haben wir, jetzt kann sich einer die Bienendinger bauen. Ja. Wer will die Bienen... ...Fliegerdinger? Genau, Christian. Christian, hier bitte. Warte. Was soll ich mit Bienen machen? Ich baue dir die einfach. Geil. Alter. Dann wird das Event schwerer. Bienendinger ist schlecht. Nein, Christian, deine Flügel sind schon besser als die Bieflügel. Hast du eine andere Flügel? Hast du eine andere Flügel? Ich habe die normalen... Wie heißt das hier? Blattflügel. Lootwerk holen. Oh mein Gott, habe ich die Lootwerk übersehen. Wo soll die denn rein? Der liegt unten am Boden. Unter mir irgendwo. Glaube ich. Aber die wird doch normal... Oh ja. Die wird doch normalerweise auf dem... Ja, eigentlich schon. Wenn du ihn doch nicht hast, dann müsst du die ja liegen. Oder ich habe die schon. Also Jungs wird sagt, soll ich den rufen oder nicht? Ich glaube, der kommt nicht mehr. Also von mir aus können wir den tryen. Okay, seid ihr da? Jo. Also die Bienendinger sind mindestens genauso gut wie meine Schmetterlingsdinger. Die sind besser als die Blattdinger. Gönnt euch. Oh Gott. Nein! Nicht zu mir! Lass da! Spinnen? Nicht rufen. Viel zu spät. Ah. Kann sein, dass es schon ein bisschen früh ist. Weiß auch nicht, warum wir den auch gerufen haben. Das sehe ich nicht. Ich habe keine Ohr. Was habe ich gefragt? Auf den Boss. Alter, die Arme sind ja sick. Kann ich mal chillen? Wie dein Opa. Neee. Aua. Alter, der fliegt einfach durch dich durch. Egal, ob du ein Pferd hast oder nicht. Sechs Minions kann ich jetzt haben. Oh stimmt, wir können die Feuertürme bauen. Also die... Die Sentries. Wieso? Vielleicht helfen die. Oh ja, stimmt. Stimmt. Die Runhitten, glaube ich. Die waren ja so stark. Ja, ich glaube auch. Guck mal, wie viel Damage die machen. Ich traue mich nicht an den Boss ran. Oh Gott. Ja, also ist geil mit den Schmetterlingsflügeln. Damit kann man gut kiten. Easy. Äh, stimmt. Ich hatte keine Halsrecken mehr. Alter, wie wäre es, wenn du mir nicht direkt auf die Eier gehst? Ja, wenn er dich einmal geschased hat. Das ist RIP. Blickst du schneller als er, Jay, oder was? Ja. Krass. Okay, weil selbst mein Pferd ist nicht schneller. Und das ist schon das schnellste Pferd im Game. Hey, nicht stehen bleiben Pferd. Er hat mich gerade easy gechased. Wo geht denn der? Warum ist der Pferd da verstehen geblieben? Der geht in die Base. Ja, ich bin geflohen. Wo geht der in unsere fucking Base? Ja, ich musste mich zurück teleportieren. Komm zurück, mate. Warum ich die Minimap aus habe, weil die bringen uns doch gar nichts aktuell. Oh, jetzt hat er die andere Agro. Oh, er wird... Ja, der wird sofort weg sein. Oh, gar nicht. Eigentlich können wir wipen. Wie spät haben wir denn? 4... 2 Minuten ist er in und er ist weg. Echt? Nee. Wie spät geht er denn? Ist es 5 Uhr? Weiß nicht wann er geht. Der ist enraged. Der macht 800 Schaden. Ja, der geht jetzt richtig ab. 800 Schaden. Danke. Okay, gegen 800 Schaden komme ich nicht an, glaube ich. Er ist schwach, Peter. Achso, weil Tag wurde. Deswegen ist er crazy geworden, oder? Wenn Tag ist, dann er der Kind ist. Tag mag der nicht so gerne. Okay, verstehe. Krass. Okay, zwei Sachen, die wir theoretisch aktuell erfahren müssen. Die geheiligten Barren und die Abwehrmarken aus dem Event. Und die Fußkette im fucking Dingens. Die Fußkette im fucking Dingens? Ja, die will ich haben. Achso, im Jungle. Ja, stimmt. Die will halt nochmal 10% Geschwindigkeit bringen, oder? Ja, ja, das ist richtig. Die ist halt echt nicht unwichtig. Ich gehe einfach mal kurz in eine andere Welt. Okay. Und da ist es ja dann im Dschungel einfacher. Das ist richtig. Damit der Dutch schneller mal ist. Der Bienenflügel kriegt jetzt Christian. Der muss fliegen und kiten. Du kannst eine neue, was? Danke. Ja, die sind besser. Okay. Danke. Ähm, 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 Moment. Irgendwann wollte ich gerade sagen. Hier ist alles voll. Hier. Ähm, ähm, genau. Aus Hell und Bars soll ich irgendeine Fetsche machen können. Aber ist nicht die Coolung besser? Was denn? Ah ne, die Optisch, du hast den Optik Staff hast du, ne? Ja. Der nächste Staff wäre, äh, entweder von irgendeinem Angel-Event. Danke. Oder... Let me check. Was haben wir denn? Normal oder Experte? Worauf spielen wir? Auf Experte. Experte. Pirate Staff. Oder Pygmy Staff. Das sieht alles aus. Na Sachen, die wir noch nicht... Brosthydra, Queenspider... Blattflügel besser. Ich flieg mit dem Blattflügel nicht an. Er ist so weit hoch. Ich verstehe das nicht. Chat. Er klärt euch, anstatt halt Blattflügel mit den Stuts zu sagen, dass die Lieflügel besser sind. Dann kriegst du dann ja mal schön präsentieren, dem Chat. Ja genau. Mach doch mal den Test. Den Bienen gegen Blatttest. Okay. Ich glaub, dass die Bienendinger deutlich besser sind. Und was heißt besser? Höher fliegen? Und dann ist es? Ja. Ja, das ist doch alles. Schon oder nicht? Okay. Ich starte vom Ground hier. Gerade hoch. Krieg ich die Höhe angezeigt? Ne. Du siehst das... Drück mal Tab. Dann siehst du doch die Map. Dann siehst du wieviel du aufdeckst. Ach, du kommst auf jeden Fall höher. Als mit den Blattflügeln. Ich bin gleich... Also ich bin ja auch noch mitgezogen. Ja, weil du länger... Länger fliegen kannst. Die sind nämlich scheiße. Und dann gucken wir mal mit den Blättchenflügeln. Musst du lang nicht so hoch. Ne. Die Bienendinger fliegen höher. Die Leafwings wurden mit 1,4 genervt und sind jetzt schwächer. Macht doch irgendwie Sinn. Weil man die kaufen kann. Weil man die kaufen kann. Chat ey. Ja, aber die sind einfach noch pre-patched, die Leute. Die sind einfach nur pre-patched. So, alles gut. Aber wirklich wieder mal mehr erwartet. Verstehe ich. So, also entweder... Also diese Kiste werden... Pass auf. Also ich habe hier noch Möglichkeiten, Chat mich zu verbessern. Ja, ja. Ausreden, Chat. Entweder über die Forbidden-Armor. Dafür muss ich wieder in die Wüste auf die Sandstürme hoffen, die seit heute Mittag nicht passiert. 700 Stunden im alten Leben. Das zackt. Lass lieber die Marken fahren. Oder... Oder Piraten-Event. Ja, bei den Marken macht das aber Sinn, dass ich dabei bin. Oder das Marken-Event. Das stimmt, aber bei dem Boss macht das auch Sinn, wa? Ja, fuck ey. Könnt ihr nicht irgendwas farmen gehen? Ja, okay. Dann ist die Frage... Einhörner! Piraten-Event. Ein Piraten-Event. Ein Piraten-Event. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Piraten-Event, das habe ich bei mir in der Piggy Bank, das weiß ich. Pirate's Death. Den gewird vom Piraten-Event. Die Piraten-Event. Die Piraten-Event. Die Piraten-Event. Okay, blablabla. Okay, blablabla. Maus. Pirate Invasion can occur randomly after certain conditions are met or alternatively when player uses a Pirate Map. Aha, also wir brauchen eine Pirate Map. Und die Pirate Map, die ist ein Hard Mode Item bla bla, ein Prozent Drop Chance von jedem Gegner, der nah am Ocean ist. Ja geil, Leute, das ist ein Hard Mode Item. Das heißt, wir gehen zum Pirate Map J. Ach so. Also, das hätte ich mir noch eine andere gehandelt. Die Piratenkarte habe ich zweimal. Ja mega. Oh. Wo sind meine Viecher? Da zeig ich mich gefälligst. So, und eben sagst du noch, irgendwer, ich könnte jetzt aus irgendwelchem Kram läuft. Ihr könntet beispielsweise Golf spielen. Um die Zeit zu überbrücken. Das ist doch bestimmt witzig. Ich könnte einfach nochmal die Karte fahren gehen. Okay, ne. Vielleicht kriege ich auch den Naughty Lust ab. Warte mal, Bienenwachs. Damit könnte ich irgendwas verdrehen. Geheiligte Barren. Dafür brauche ich doch noch irgendwas. Seele der Einsicht. Wie tief muss man sein? Im Jungle Underground findet man die, oder? Ähm. Das müssen Jungle Kisten sein. Ich weiß nicht, ob das im Anderen, also ja. Chat, ist das der Jungle Underground, wo ich diese Fußkette finde? Oh, da ist er oben. Könnte, man könnte auch mit 30 Kürbissen, 5 Ectoplasma den Kürbismond machen. Okay, danke. Petsche sicher, hätte ich gesagt nicht. Das sind diese blauen Kisten, Peter? Ne, das sind Wasserkisten, meine ich. Ach, scheiße. Durandal ist das, glaube ich, ne? Stimmt, vom 12 Helloth Bars. Stimmt. Da. 78 Beschwörungsschaden gegen 78 Beschwörungsschaden. Tja. Kürbis ist zu stark, Kürbis werde ich dir versahen. Okay. Wie hast du am besten da die, äh, gefahnt, Peter? Die, 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 äh, Tönenforscher dran. Ja, ohne Modifier, ich weiß. 10 Prozent. Okay. Das heißt, die ist 10 Prozent stärker als die. Und ich glaube, hast du noch welche dabei? Ja. Geheiligte Baren schreit hier gerade keiner, dass ihr die braucht. Also so werde ich mir einfach mal gucken. Muss reichen. Eine Kette ist in der Kiste? Was für eine Kiste? Wo hast du die Kette, Chris? Warte. Wo habe ich denn die Kette gehabt? Jetzt beginnt das Suchen. Warte mal, eben. Ihr könnt ja nur die Truhen gesehen haben, in die ich reingeguckt habe. Das heißt, das müsste hier irgendwo gewesen sein. Habe ich gesehen vorhin. In deiner Kiste. Welche ist denn meine Kiste? Hier? Ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt nicht, welche Kette ihr meint. Piggy Bank. Fußkette des Windes. Ja, die habe ich. Das ist richtig. Aber da brauchte ich doch noch die Schnürsenkel für. Für die Schuhe. Da ist richtig. Später auch, ja. Jay sucht die. Ach ja, stimmt. Jay ist ja gerade unterwegs. Jay, bringst du mir Schnürsenkel mit? Hey, Schnürsenkel wird der da nicht finden. Schnürsenkelkappe. Ja. Als ob du die gefunden hast. Was? Ja. Ne, ich habe die noch nicht gefunden. Ja, aber die dürftest du da auch nicht finden. Wo du suchst. Ja, aber ich kann ja dann suchen. Ach so, ja. Also, ich suchst mir super. Ne? Ja, ich... Weil Jay, ich port die ja auch. Jay ist gerade auf dem neuen Schalbarm. Ja, Leute, entweder sucht Jay jetzt die Kette für sich, oder ich sucht die Schnürsenkel für mich. Das kommt beide aufs Gleiche raus. So, ich mache jetzt den Stab. Ich wollte gerade sagen, macht das nicht Sinn, dass wenn ich dann auch noch in eine neue Welt gehe und Sachen suche? Oh, ich habe keine Suffixe, oder wie das heißt. Komm mal. Wir brauchen alles ja nicht nur einmal. Ja, klar. Wovon redest du jetzt, Sepp? Jay ist doch gerade in einer neuen Welt unterwegs, oder nicht? Genau. Ja, und das macht doch Sinn, wenn das mehrere machen, weil dann ist die Chance höher, oder nicht? Ach so. Ich habe jetzt gerade auch nichts zu tun, weil für mich geht es erst weiter, wenn wir die Skeletten weitergelegt haben. Oh, gefährlich. Dann... Peter hat Schnürsenkel. Ich bin gefährlich zufrieden, nee. Nee, habe ich nicht. Habe ich Schnürsenkel? Nee. Letzend. Das hat jetzt einer geschrieben, weil sie jetzt spammen die dann wieder alle. Guck mal kurz. Oh. Ihr habt noch keine Dschungeltruhe gefunden, das ist so richtig enttäuschend wieder. Ich habe keine Schnürsenkel. Ich habe kein Geld mehr. Da unten ist eine Wassertruhe, Alter. In der Piggy Bank sind keine. Da ist das Geld auf einmal alle gegangen. Wer ist eigentlich Lydia? Was verkauft die denn? Mischo-Matic. Steampunk-Bücherschrank. Decay-Chamber. Used for Special Crafting. Brauch ich die Whip nochmal? Keine Ahnung. Mondzauber weiß ich auch nicht. Und also die Truhe. Ja, da ist noch Platz. Seele der Einsicht. Schlüssel. Hier eine Schlüssel. Seele der Einsicht. Die verteilt. Wofür ist eigentlich die Schneider-Voodoo-Puppe? Keine Ahnung. Die habe ich irgendwo gefunden und dann in eine Truhe gepackt. Okay, dann mache ich das auch. Welche Truhe hast du hierhin getan? Bestimmt links irgendwo, ne? Danke. Danke, danke Leute. Die ganzen Subs, die ja eintrudeln, ne? Hanunami hatte noch resubt und Automatikor hat resubt. Bad Planet hatte neu gesubt und Prime. Ich habe mein Fenster wieder offen. Oh, Durandal lese ich gerade. Ist übrigens eine Referenz an ein real existierendes Schwert. Durandal. Das in einer Cliffside in Rockamadour ist. Jetzt wissen wir mehr. Von wem war denn Durandal? Das kommt irgendwie bekannt vor. Ja. Da. Durandal ist der Name des angeblich wundertätigen Schwertes von Roland im altfranzösischen Rolandslied. Es sei der Sage nach von Wieland geschmiedet worden. Oh. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie krasser. Mist. Achso. Ähm, äh, hier, ne? Ähm, ähm, äh, Monkey Kapo hat neu gesubbt. Dankeschön dafür, ne? Ähm, Satsumen, Satsuma-Enzym auch mit dem Prime neu gesubbt. Dankeschön. Bad Planet neu dabei und Lustmäulchen auch neu dabei. Dankeschön. So, ich brauche Heiltränke. Richtig. Und dann werde ich mich wieder in die Wüste begehen. Heiltränke, schnabulig. Oh, guck mal. Da, ich habe die Puppe gefunden. Wir haben eine Fremdenführer-Woodoo-Puppe. Ich habe die Schneider-Woodoo-Puppe. Tue mal dabei. Danke. So, Trink habe ich mir immer hier irgendwie raus. Hast du eine kleine gemacht, Jay? Oder was von einer Größe? Na, war einfach eine große gemacht und die Dschungel gesucht. Dann reicht der erst. Eine Hoffnung, weil ich dann irgendwann finde. So, guck mal hier. Das kommt schon da rein. Oh ja, die geheiligten Barrenhand hier. Oh, ich habe da ganz viel Erz gehabt. Ich finde gerade auch. Ich habe so noch voll für euch, Halkos. Gladium-Erz. Gulasch, danke für den Resub. Silver, danke für deinen neuen Sub. Und McManus, danke für den Resub. Beefsteve hat auch Resub und Stramse auch. Und Lustmolchen, ach ja. Hanunami. Hanunami. Ja, ich habe schon irgendwie wieder Buchstaben dazu gedichtet. Danke. So, auf in die Wüste. Alter, was eine Peitsche. Aber die verlangsamt jetzt nicht mehr, ne? Oh, warte, erst buffen. Tja, links oder rechts in die Wüste? Ich gehe mal rechts in die Wüste. Eroxon, danke für den neuen Prime-Sub. Nafetz hat auch noch Resub. Dankeschön. Danke. Oh, warte mal. Ich kann ja viel schneller rennen. Oh, wir sind schon da. So, Chat. Ach so, warte mal. Das können wir nicht machen. Wir brauchen dafür das Item. So, hier ist doch Wüste, ne? Jetzt müsst ihr da hier irgendwann mal vielleicht mal so ein Sturm kommen. Pass auf, ich kann euch zeigen, wie wir ganz, ganz gut chillt spielen können. Ja, hör mal auf, mir Schaden zu machen. Mach mal. Kann auch in den goldenen Truhen sein, die dort sind. So. Jetzt komm ich alles mal am Arsch. Nee, Bethman. Auch mit dem Prime-Loges-Sub. Dankeschön. Das Loch da geht nur in den Hintergrund, der sagt. Ach so. Aber hier war eben der einzige Wüstensturm, den ich erlebt habe. Danke. Oh, dankeschön, Cube. Und danke für die Bits. Jetzt noch Kerze planten. Ja, aber die Kerze bringt ja, also die Kerze wird ja kein Sandsturm mehr beiführen. Das bringt mir alles nichts, was hier kommt, außer es kommt ein Sandsturm. Die lassen auch super viel Shit fallen. Äh, zumindest ganz links. Da ist nicht die Hollow-Wüste, sondern die... Pass auf, ich zeige euch, was links ist. Da wisst ihr wahrscheinlich sowieso schon von Peter, aber irgendwie ist links größer. Und ich weiß eh nicht, was gerade der Plan ist, was die anderen machen. Die sind alles ruhig. Wir haben keinen Plan. Wir haben gerade versucht, die, äh, auch Truhen zu finden in der anderen Welt. Ah. Ah, Leute, ich bin nur mit Peter hier. Das stimmt. Ja, das ist richtig. Weil uns fehlen super viele Basic-Sachen, die wir nicht so häufig haben. Many, danke. Ich frage mich immer noch, wo Many ist. Ich habe vor bestimmt einem halben Jahr oder so, habe ich mit einem Kumpel von mir Battlefield 4 gespielt. Äh. Battlefield 4 gespielt und da haben wir Many getroffen. Und Many war super. Many hat sich extremst aufgeregt im Chat über alles. Wirklich über alles. Äh, und die Leute waren immer nur dran, Mensch, Many, beruhig dich doch mal. War das wieder mit Many los? Das war super, aber ich glaube, ich werde den Typen leider nie wieder finden. Das war super lustig. Er ist wahrscheinlich daran gestorben, Ja, irgendwie. da war ich krass. Herzinfarkt oder so. Battlefield 4 ist immer noch ein super Spiel. Smurfel kommt von Jay. Ja, wahrscheinlich. Ach, Dschungel, ey, jetzt mach doch kein Auge. Wo gehst denn hier so ein Scheiß? Ich habe Schlösel gewonnen. Was? Was? Schon mal etwas. Immer nicht so schlecht. So, Einer von vier. Hier ist offen. Wie war ich schweb? Ich habe davon einen schon. Ich auch. Okay. Ach so. Oh, oh. Wovon? Das ist ja cool. Nur Senkel. Nur Senkel brauchen nur noch du und Sepp. Das ist richtig. So, hier geht gleich der Shit ab. Hier ist super. Die Geister sind die einzigen, vor denen man ein bisschen Angst haben muss, weil die können halt durch die Wände gehen. Aber der Rest? Johann, man, die Arme. Sturm kommt nur bei Regen, ja. Aber das muss ja irgendwann mal anfangen. Ich warte seit heute Mittag da drauf. Kann ja nicht sein, dass nur einer da war. Das ist schon ewig her. Oh, warte. Wo ist der? Deswegen war das auch so geil, dass Peter mir das Messerchen gegeben hat. Deswegen, ich kann mich hier so richtig schön reinstellen. Regen in unserem Biom. Andere Waffen nutzen. Nein, nicht andere Waffen nutzen. Guck mal, das geht doch super hier. Ich kann das Messerchen hier steuern. Kann Bibabuzi danken für den Prime und Syntex auch. Bibabuzi. Stimmt, die Türme könnte ich theoretisch mal hinstellen. Irgendwann geht man dann hier einmal unten rum und dann findest du schon drei Augenbinden. Dann machst du jetzt auch eine neue Welt, Was? Nee. Ich bin in der Wüste. Du findest bei uns im Jungle drei Augenbinden. Ich bin in der Wüste. Da liegen nochmal zwei. Ich hab jetzt fünf. Also in fünf Minuten Augenbinde, die brauchen wir nicht. Das ist mutwillig zerstört. Oh, Wasserblätter find ich hier aber. Fehler hat die irgendwo gebraucht. Schade, jetzt nicht mehr. Hey, alles gut. Also, das ist halt ein Alchemie-Zubehör. Ihr könnt die Verteidiger-Rüstung und dann mit Ballisten Skeleton Prime ficken, da die ja kein Damage bekommen. Ah, du meinst, wenn wir diese Rüstung tragen von dem Event, können wir mehrere Ballisten machen und dann auf Skeleton fallen. das machen wir auch auf jeden Fall. Verkaufen, bitte verkaufen, Chris, was soll ich dir verkaufen? Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht so stark, oder? Die Balliste hat doch nicht so einen mega krass Schaden gemacht, oder? Nein, das machen wir auf jeden Fall nur als Zusatz, meine ich. So. Das meine ich. So. Oh, Vitamine habe ich auch nochmal gefunden. Da wie viel Rückruf drängt man die Scherbe. Ja, die dunklen Scherben sind hier auch ziemlich häufig. Davon habe ich hier auch mal so viel gefunden. Ich mache es. Scheiß Rückruf dringend. Ich finde auch nur die Rückruftränke, das ist doch kacke, ey. Ja, die Augenbinden werde ich jetzt einfach verticken. Also, die brauchen wir nicht mehr, oder? Ne, die brauchen wir nicht mehr. Eugene, magst du mal Augenbinden haben? Was denn? Du bist der letzte ohne Ank, glaube ich. Augenbinde brauchst du nicht, oder? Ne, 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 ich habe schon alles zusammen, ich brauche nur diesen Ring. Ich brauche glaube ich wirklich nur diesen Ring. Okay, dann heißt den Decker brauchen wir auch noch mehr. Verderberbanner, pfff, ein Ekelpilz, pfff, dunkle Mumiebanner, dafür haben wir auch schon 30 verschwinden lassen. Da ist noch ein Dreckblock, ne, den will nicht mehr er haben. Vitamine, Vitamine, irgendwer? Ne, gerade nicht. Also, Vitamine hatte ich halt ja auch jetzt. Okay, Vitamine, Schmutz. Also, Vitamine kann ich auch easy farmen, Chat. Also, ne, hold your horses. Also, eigentlich habe ich das jedes Mal gehabt, wenn ich in der Wüste war. Das geht immer so schnell. Falls uns da was fehlt. Die dunklen Scherben, die habe ich immer aufbewahrt. Ich weiß aber nicht mehr, wo ich die, ich glaube hier irgendwie, wo habe ich die reingetan. Da. Gut, ne? Wasserblatt, das brauchte Peter eben, aber ich weiß nicht, wo das Wasserblatt reinkommt. Rechts ist so eine Truhe mit ganz vielen Pflanzen. Rechts, ah ja, stimmt, hier. Ah, Wasserblatt. Nice. Puh, Pixidust. Den hatten wir hier. irgendwo. Äh, ja doch, Desert Keys habe ich glaube ich drei oder so. Drei Desert Keys habe ich, einen verdorbenen Schlüssel, aber das hier brauche ich. So. Ja, jetzt, äh, weiß ich nicht, vermisst du es, Peter? Äh, ich helfe gerade den anderen quasi beim Suchen. Ich bin alleine hier am Server. gerade ja, aber ich kann gerne zurückkommen, wenn du klar hast. brauchst du nicht. Ich weiß nur noch nicht so ganz, was soll ich denn jetzt hier machen, was soll ich denn jetzt hier machen, Chat? Wenn, wenn ihr sowas wie ein Radar findet, das suche ich im Moment auch. Äh, ja, stimmt, das weiß ich auch nicht. Angeln! Ja, Sigi, Leute, wir können angeln gehen. Mega gute Idee. Radar, das findest du auch einfach in der Puh. Erstmal Köder. Wo finde ich Köder? Ich gehe angeln, Leute. Angeln geht links, ne? Gold safe, er gäbe so. Nanananananananana, Angel. Oh, ich brauche noch Köder. Nanananana, Angeln, Angeln. Rechts, Pilzbiom, Angelquest machen, Römer. Äh, jetzt sehen. Rechts. Ach, rechts war Engling, okay. Schmetterlinge, ja, ja, aber wo sind Schmetterlinge? Ich habe noch keine Schmetterlinge gesehen. Danke. Wir gehen mal da ganz rechts. Was war in diesem? Oh, Sternmeister, der hatte 15 Euro da gelassen und der Judiana hat auch noch mit, äh, Grüße gehen raus mit 2 Euro da gelassen. Da war irgendwann mal eine Truhe unten drin. Ach, da ist eine Truhe. Das habe ich dann übersehen, hab. Tut mir leid. Ähm, währenddessen haben wir noch nichts gehabt. Cortana, Nandor, Kulora, Sonny Bong, Vision Gaming, die Löwengrube und der Artenzwerch. Dankeschön. So. Danke. Nee, ich habe noch keine Desert Chest geöffnet. Äh, ich habe auch keine Köder mitgenommen, weil die muss ich mir doch quasi holen, oder? Also, die muss ich mir doch fangen, hat der Chat eben gesagt. Die kann ich nicht kaufen. Danke. Aber, eine Desert Chest. Du kannst Köder kaufen. Okay. Im Pilzbium gibt es die besten Köder. Oh, Pilzbium war gar nicht weit weg. Dann lass uns da eben dahin gehen. Äh, ich nehme aber trotzdem mal so ein Desert Key mit. Äh, der kommt ja nicht weg. Warte mal, Pilzbium war doch hier unten irgendwo direkt. Da, ist das hier nicht Pilzbium? das heißt, wir gehen runter. Das hat ich nicht stehen lassen. Ach, das haben wir schon. Äh, nächste links. Danke. Scheiße, war hier schon nächste links? Jo. Ha! Qualle! Qualle macht Aura. Alter, Schnee-Säckel sind nicht so häufig, wie ich dachte. Wo sind meine Viecher? Da siehst du, die hängen hier alle durch... Oh nein! Was hast du da, Peter? Ich hasse diese Augen. Die haben alle hier rumgechillt. Ich glaube, es sind die nicht um die Ecke gekommen. Wir sind nicht mal das Problem. Es gibt noch so viele andere Sachen, wovon wir nicht so wirklich was wissen, was wir brauchen. So wie Jada, seinen Hummel. Keine Ahnung, wie ist halt die Frage, die Finiere brauchen. Du kannst doch auch ohne Kühle angeln. Also ich boah, also ich 10% mehr Geschwindigkeit ist halt mit Kiten halt echt nicht unwichtig. Also ich brauch die, ich will die auf jeden Fall haben. Danke, Megastro. Danke, wo ist er? Scheiße, bin ich zu weit? Okay, ich bin mal auf... Oh, ich bin viel zu weit. Ich bin in meiner Welt, jetzt in meiner großen Welt einmal komplett von links nach rechts gelaufen, hab alle Truhen eingesammelt und hab einmal Schmösel in Gang gekriegt. Aufs Pfad verpasst. Oh ja. Uff. Ich finde halt so gut wie keine von diesen Fuhren. Jay ist im Dschungel. Ich mach gerade genau das gleiche wie du, Sepp. Und hab keine Schnürsenkel gefunden. So, hier fliegt aber auch nichts. Du hast doch keine Schnitte. Ich hab keine Schnürsenkel gefunden. Brudel mich jetzt einfach mal straight nach unten. Habt ihr denn die Welt auch auf Expert gestartet? Ja. Oh mein Gott, 50 Euro von Darky Darks. Danke für die tolle Unterhaltung nochmal. Dankeschön. 50 Euro. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt vertraue ich dir. Das ist denn nett. Und? Truhe, 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 Truhe. Ah! Schnürsenkel! Nice. Als ob. Okay, nice. Okay, wir haben alle Schnürsenkel, die wir brauchen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht dann. Muss man was hier kaputt machen, damit das auch noch rauskommt? Köder kommen aus den Steinen am Boden. Was? Nein, ich muss die abbauen. Wenn du die kaputt machst. Also die hier. Nee, das sind Pilze. Oder meint ihr wirklich hier die erste Reihe Steine? Links im Wasser. Oder kann ich die auch hier mit kaputt machen? Ich hab noch nie logisch... Wieso? Ah ja, stimmt. Links. Oder hat andere rechts. Okay. Ah, das ist wieder so eine Fedder an Mora-Pilz. What the fuck? Dies Wort. Deine Augen haben gerade eine Schnecke gefällt. Aha. Ja, das ist natürlich belastend, dass die das alles kaputt machen. Da kann ich ja keine Köder fahren. Okay, Christian, ich komm mal zurück. Ich bin zu blöd, um Köder zu farmen, hab ich das gestellt. Dann nehm ich wenigstens ein paar Pilze mit. Wo kriegt man denn den Ankle of the Wind her? Skorpion, ihr habt Köder in der Kiste. Wir haben Köder in der Kiste. Das ist das, was Jay hat. Oh mein Gott, nein. Das ist das, was Jay moves. Das kann man kaufen. Was denn? Was Winding? Ja. Also entweder in so einer Holz-Tür oder im im Jungle Crates. Was? Im Jungle Crates. Oder? Oder in diesen in diesen Ivy Chests. Das haben wir bei uns auch in der Base stehen eine. Neben dem ähm Schmelzofen. Da wo die ganze Was ist denn eine Ivy Chests? Was findet man die denn? Die meine ich. Die befindest du? Im Schrein oder im Living Margoni Tree. Also pass auf, wenn wir mit einer Truhe Köder hatten, dann gehen wir zu. So, dann liefern wir mal die Pilzchen. Ich hab noch Köder gerade gekriegt, Christian. Warte mal. Ich hab noch sieben Köder. Warte mal, die ganzen Pilzchen. Da hat man auch noch Wait, in diesen Trees, die an der Oberfläche spawnen, können diese Dinger auch spawnen? Äh, da gibt's diese Kiste, ja. Äh, Christian, ich hab noch 23 Würmer, wenn du willst. Es regnet, Christian. Es regnet. Wo bist du denn? Ja, hier unten. Komm mal. Ja, hier. Können die Dinger machen. Hab ich schon. Danke. Gib Gas, gib Gas. Oh Mann, ey. Ich dachte, J-Farm für ein anderes Item war's. Nein. Nein. Okay, jetzt kein Sandstuhl. wo der farmt. Lass mich. Uff. Ist ja fast so geil, wie im Skeleton-Shitter diesen Ring zu farmen. Meinst du echt links? Also, eben war der Sandstuhl hier. Safe. Andere Rüste. Okay. Oh shit. Alter, diese Blicken und Stein die machen. Mahagoni-Trees. Die Steine, die machen mich auch wahnsinnig. Oh Mann, die findet man nur im Underground-Jungle. Alles klar. Du hast jetzt alles, um deine Boots abzugraden, by the way. Yo, danke. Ich hab grad nur Stress. Ich muss mich grad ein bisschen sputen. Ist das behindert, ey? Weil man kann den Haken auf dem Pferd benutzen. Ah ne, dann sitzt man ab. Alter, das ist ganz schön belastend, ey. Ja, die beiden haben wir relativ schnell gefunden. Da war ein bisschen lacke. Das haben wir ganz schön schnell gefunden. Ja, Schneesturm. Gib Gas. Schneesturm ist auch geil für die, falls jemand mal Frozen Coors braucht. Die brauchst du von den Frost Elementaren, die das brauchen. Bei dem Schneesturm. Frozen Coors. Okay, hier ist kein Sandsturm, hier riecht es einfach. Schneesturm für Jay. Ach komm, ich muss nicht wieder in so einer Huren-Scheiße fahren. Warum muss ich, wieso hab ich denn so eine Klasse, die nur behinderte Scheiße fahren muss? Ja, ich hab das auch. Dazu muss ich aber Munition fahren bei Einhörnern, die ungefähr alle 10 Minuten spawnen. Ist das die stärkste Munition, die du machen kannst? Boah, ey. Was mit den Einhörnern, Jay? Wo ist mein Sandsturm? Laut Chat schon. Vielleicht gibt es ja auch was irgendwie einen Schaden weniger macht, aber viel geiler zu fahren ist. Schneesturm ist nicht richtig. Die Sache ist, das macht halt... Ne, das war kein normaler Schnee, oder? Nein, keine Ahnung. Ich kann mir gerade die Chance auf den Sandsturm, also der eventuell kommt, nicht entgehen lassen. Das ist nicht so einfach. Translate, danke für den Reserb. Sobald auf wird zu regnen, verpisse ich mich hier. Boah, das ist halt so lächerlich, wie viel ich einfach schon aufgedeckt habe vom Jungle. Baut man eine Skybridge. Ja, aber spawnen dann da nicht die Gegner eventuell drauf und wir kriegen die hier unten gar nicht. Weniges Wetter, ja, das stimmt. Kein Sandsturm, weil Corrupted. Ja, aber die, äh, die andere Wüste war ja eben sogar im Hollow und da war ein Sandsturm. Ja, ja. Komm schon. White Beauty. Nein, hier links war nur noch normale Wüste. Hier ist noch normale Wüste. Ne, ist hier nicht mehr. Oder? Doch. Bäume sind noch normal. Aber es muss, glaube ich, windiges Wetter tatsächlich sein. Aber vielleicht kommt nach Regen Sturm. Das ist egal, welche Wüste. Okay. Wind und gleich Regen. Okay. Da kann nicht jeder mit um. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Da konnten wir nicht hier links angeln oder gehen wir nur rechts, Jay? Was, angeln? Keine Ahnung. Angeln kannst du mir schon mal links. Ich bin schon so weit links. Bin schon am Dungeon. Darum ist ein Jungle. Crate. Oha. Komm, bitte, 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 bitte. Hier ist ja noch mehr Wüste. So, und ich glaube, hier fängt Ocean an. Oh, stopp. Oh, fuck. Ja, hier ist Ocean. So, muss ich mir jetzt noch eine Plattform hier über das Wasser bauen, damit ich besser angeln kann oder sowas? Nö. Du kannst einfach daneben das machen. Ja, aber auch, um da eventuell irgendwelche Viecher rauszuziehen. Scheiße, ich habe das Blutmonting vergessen, ne? Ne, du klickst einmal links klickt, dann wifft ihr das da hin, dann klickst du nochmal und dann, dann ist das auf, also es ist echt. Test nochmal. Okay, fuck my life. Mh, ich habe eine Forelle gefangen. Mh, mega. Macht ja keinen Sinn. Hütze, Bullshit, Bullshit, Zombiearm, Bullshit, ist das nervig, Mann. Schnürsenkelkarte, Bullshit, nein, war nur Spaß. Sein Sturm hält 8 bis 24 Minuten. Ja, okay, aber da ist windiges Wetter. Je tiefer, desto besser. Reusen, hoi. Haha, das ist ja mega. Komm. Wackel, wackel. Was gibt jetzt? Oh Mann. Noch tiefer? Aber dann ertrink ich doch. Das wollen sie ja sehen. Ja, ich kenne den Chat. Ich habe es irgendwie geschafft, mein gutes Jojo zu verlieren und ich habe keine Ahnung wie. Was? Was? Das ist ja irgendwann weg gewesen und ich weiß nicht, wieso. Das hat vielleicht nicht gesaved gehabt und in eine Truhe mit reingeordnet. Vielleicht. Ich kriege schon gerade die ganzen geilen Truhen ab. Alter, Peter, so gehst du mit meinem Jojo. Ja, Peter schmeißt wieder Sachen. Ohne Scheiß. Das tut wirklich weh. Oh Leute. Ja, mir tut das auch weh. Hier ist Ende aufbauen. Leute, ich höre Flipper. Was war denn da nicht in Ordnung? Was ist denn hier noch ein Schnürsenkelkappel in der Truhe? Die habe ich da reingetan, Peter. Ach ja, okay. Ja, kann ich ja nicht riechen. Das ist meine Truhe, wo ich die Items-Store für zu bauen. Deshalb sind da auch die Sachen für das andere Ding da drin. Was, warum sind denn hier nur die ganzen ITCJ gerade fahren? Das war doch Flipper, Leute, oder nicht? Also, weiter kann ich nicht bauen. Hier ist Ende auf Baugebiet. Oh, doch, ich kann weiter bauen. Das ist halt einfach echt ein Pain in the Ass, ne? Ich habe so einen Baum gerade gefunden und so Ivy-Kisten. Nee, du musst einen Mahagoni-Baum finden im Dschungel. Achso. Ja, habe ich. Aber war nur TNT und so ein Shit drin. So, tiefer kann ich. Da war nur Rummel drin. Ey, hör mal auf, hör auf mich zu schießen. Oh, Leute. Das war aber nicht das, was wir brauchen. Oh, Leute, wisst ihr, warte. Wir machen Summoner-Angeln. Pass auf. Da habe ich gerade auch. Also, jetzt, wo ich weiß, dass es die gibt, habe ich auch drauf geachtet. Oh, in der Jungle-Crate kann man tischen. Fuck you all. Hey, der hat doch... Ah, ich meine, ein schlechteres Jojo genommen. Oh, ja, lief. Aber im Jungle-Angeln macht jetzt nicht so viel Spaß, glaube ich. Aber dafür reimt es sich. Warte mal, der hat doch gewackelt. Muss ich den da nicht einholen? Da, blub, blub. Porelle. Aber der benutzt die Köder nicht. Ich habe immer noch 23. Wo sind die da eigentlich, wie Würmer die Settel gegeben hat? Da, verzauberter Nachtkriecher. Keine Ahnung, was Jay macht. Ich habe in meiner Medium-Begade gerade drei Fußketten gefunden. Hahaha. Da hat er nur geschrieben, um nichts zu tun. Ja, das hat er auch nur geschrieben. So klar. Was soll immer dein Leben im Interface auf Balken? Oh mein, Alter. Oh, der ist mir. Da brennst du in der Hölle. Pick up, take sie, wenn wir in der Falle. In der Wall of Flame. Fällt fast noch. Oh, lol. Was denn, Höllenfeuerpfeile für Jay, die pack ich schon in den Löwen, wenn ich die finde. Wow, fancy, weil da ein goldener Rahmen drum ist. Ist ja geil. Was ist denn eine rote Welt? Gleiches wie der Emote-Only-Jet. Hä, was ist denn eine rote Welt? Das ist vielleicht die Crimson. Ja, die Crimson, das ist die andere. Oh, guck mal, eine Schnürsenkelkappe. Ja, danke. Cloud in the Bottle. Aber ja, das wird doch gebraucht, dreimal. Alter, dieser Schneesturm ist aber schon sick. Ja, aber ich hätte lieber einen fucking Sandsturm. Jetzt. Das ist einfach nicht so. Nein, kein Auge, ne? Chad, was bringt mir eigentlich das Angeln außer Forellen? Kann mal einer den Blutmode aktivieren? Alter, ich habe eine Crate gekriegt. Oh, mega, mit Gefahr sind dran. Eigentlich müsste es nur ganz viele ganz tolle andere Sachen sammeln können beim Angeln. Also ich habe da eine super krasse Weapon gefunden. Oh, 30% Köderkraft, verbrauchbar. Oh, jetzt mal ein Goni-Tree. Oh, jetzt alle, alle die. Oh, was mache ich denn mit dem Gesellenköder? Was ist denn der Honig-Spender? Muss der einfach im Inventar sein, der Gesellenköder? Äh, ja, einfach im Inventar. Das ist mega gut. Und dann einfach links klicken und dann wirft er die Angel und dann, cool. Ey, Sepp, wie viele Dinger hast du im Maragoni-Tree gefunden? Wie viele Crates oder nur eine? Eine. Na, scheiße. Und da war nur Schmutz drin. Ah, eine Wahrscheinlichkeit. Oh, da ist noch eine. Da ist noch eine. Es gibt auch die Schreine, ne? Jungle-Schreine habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gefunden. Hier, zieh dir rein, wie verwirrt wieder meine Augen sind. Das ist mit den Spinnen nicht passiert. Die helfen auch. Also da ist auch so eine Kiste drin. Die Spinnen waren noch vernünftige Mates. Nichts wie die Augen, Alter, die machen die ganze Zeit Auge. Ja, die Augen sind einfach dumm. Ich habe eins. Das ist richtig dumm. Geht's sad. Dann brauchen wir nur noch eins. Ja, Mann. Ich habe auch einen Honigspender. Braucht man noch? Den habe ich auch gerade gesammelt. Den brauchst du nicht mitnehmen. Keiner, was der ist. Cool. Ich habe so viele Items, von denen ich noch nie was gehört habe. Ja, ich... Inventar ist abartig. Einen brauchen wir noch. Ja. Komm, da ist eine Jungle Crate. Bitte, 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 bitte. Oh, mein Schick. Spinnen? Ne, ich meine schon Spinnen. Nicht Blüten. Oh, eine Mithril Crate. Tsunami in der Flasche. Can be worn in Vanity Slots. Möglich ein Doppelsprung. Wahnsinn. Beruhigungstrank. Decreases Enemy Spawn Rate. Oh, das könnte für... Weiß ich nicht. Für irgendwas könnte das schon gut sein. Oh. 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 Mach doch mal die Schwerter statt den Augen. Also wenn ich was haben will, dann finde ich das nie. Das ist so nervig, ey. Aktuell. Was heißt denn die Schwerter statt den Augen? Die Augen kommen ja aus meinem Optikstab, ne? Die Schwerter habe ich nur den Durandalen. Das ist nichts zum Summonen. Das ist die Peitsche. Danke. Einhornstatue. Als ob ich eine Einhornstatue habe. Das ist das erste Herz in der ganzen Welt gefunden. Äh, ihr seid doch verrückt. Aber das ist super, ne? Man kann hier ganz gechillt angeln. Währenddessen machen die Viecher die Dinger da weg. Zwischendurch geht auch mal ein bisschen Geld einsammeln. Also super. Das kann ich auch wegmachen. Oh, warte mal. Was ist noch? Lass mich in Ruhe angehalten. Ja, das kann doch nicht sein, ey. Wie riesig das ist. Das gibt sie, die Statue zum Farben von Einhörnern. Hier wird die. Hier wird die. Hier wird die. Hast du eine gefunden? Der Chat sagt ja, ich sag mal nein. Wo soll die denn sein? Wäre natürlich mega nice. Aber dann würde das alles schneller gehen, die Scheiße. Spiegel. Peter wollte noch mal die Antwarte haben. Ja, ich hab einen Obsidian-Tran gefunden. Komm, bitte, 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 bitte. Aber sie hat Tränke, brauche ich nicht mehr, danke. Angel doch bitte einfach um die ganze Zeit zu unterbrechen. Wirklich? Da ist jemand ziemlich hart auf angeln. Oh mein Gott. Der rote Schnapper. Ah ne, der rote Eisig. Habe ich sie wirklich dabei? Fußkette des scheiß Wurenwindes. Endlich, Alter. Und beenden. Und reinjouren wieder. Ja, mach mal Blutmond an. Könnte ich gerade brauchen. Nice. Wie ich einfach immer noch in meinem STRG-C, STRG-V das Passwort haben vom Server von heute Morgen Mittag. Ja, ich auch. Weil du nichts anderes gemacht hast. Von vor 11 Stunden. Muss ich die hier benutzen? Okay. Ich habe ein Bienen-Mindcard gefunden. Nice. Das ist Skin. Das hat Christian doch schon, ne? Ja, das kann ich abgeben. Bienen-Mindcard. Achso, ja, ich habe noch keinen. Wenn du so hast. Bienen-Mindcard. Er hat so viel mit. Aber wo macht man denn diese Schuh-Ding? Was ist man da hier vorne? Leber habe ich im Interface umgestellt. Das sind die Blitzstiefel. Hast du mir gerade die Truhne weggeworfen? Leu, wie du dich da einfach so eingebaut hast. Wie geil das hat das. Ja, vor allen Dingen. Also die sind gerade wieder verschwunden. Aber du kannst ja hier auch noch... Achso. Fertig. Und dann gehst du gleich einmal... Okay, dann rennst du gleich einmal rechts roh. Sammelst das ganze Geld ein. Und dann haben wir weitergeangelt. Wie awesome ist das denn? Das ist kein Stress. Das Problem ist, ich habe in meiner Piggy-Bank den Blutmond kann ich sammeln. Den habe ich natürlich vergessen. Oh, warte mal. Peter, bleib mal hier stehen. Das ist ja mega, Leute. Pass auf. Ich glaube, dass der Peter jetzt da ist. Okay, wo kriegt man denn Schlittschuhe jetzt her? Vom Eismann. Schlittschuhe? Ja, damit können wir die Blitzstiefel aufrüsten zu Frostfunken-Stiefeln. Oh, what? Okay. Und die Frostfunken-Stiefel kannst du mit Lava-Wart-Stiefeln zu Terra-Spark-Boots machen. Wait, ich hatte doch einen Wund. Okay. Okay, what the fuck. Warte mal. Ich kann einen Wund. Alles klar. Oh, Mann, nein. Das geht weiter, Leute. Alter, scheißt doch auf die Stiefel erstmal, oder? Ja, ist ja okay. Das sind jetzt erstmal Farben hier, wenn ihr da braucht. Wurmloch-Zrang? Blitzstiefel. Wurmloch? Ja, ich würde mich gerne zu Peter spawnen. Ah, nee, warte. Aber, Christian, vielleicht ist das ja gut, dass du jetzt in der Base bist, weil wir dann ja vielleicht wieder sinnvolle Dinge tun können. Okay, dann teleportier dich trotzdem zu mir. Hast du jetzt so einen Einhorn-Shit? Nee, also ich habe jetzt mein Inventar durchgeguckt. Irgendwann bin ich komplett blind, weil ich jetzt nicht ausschließen will, aber ich habe keine Einhorn-Shit. Ah, ja, ich habe jetzt auch den Gold-Shit schon. Das kann ich wahrscheinlich nur nachts benutzen. Ja, wir könnten ja jetzt nochmal das Event machen zum Beispiel. Ja, warte mal kurz bis nach kurz. Ich würde... Ähm... Wie viel Uhr haben wir? Sieht das jemand? Das sehe ich nicht. Ja. 9 Uhr 6. Morgens. Ach, nein. Also wir können jetzt perfekt das Event machen. Ja, okay. Dann ab nach Hause. Das Bienen-Kart könnte ich jetzt noch verteilen. Wie sinnvoll kann man... Ich weiß nicht. Wie sinnvoll kann man... Ich habe nicht gerade gesagt, du kannst mir das gerne geben, Phil. Ja. Ich habe hier ganz viel Shit, wovon ich überhaupt nicht weiß, wo ich den hin tun soll. Bam, 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 bam. Äh. Wollte mal jemanden Obsidian tragen? Habe ich oder brauche? Nee, brauche. Du, also du brauchst? Nein, ich habe abzugeben. Habe ich in die Truhe getan. Ach so. Ne, ich habe zwei. Äh, Blinsen, Shell-Pile, Alter. Das ist was. Ach, guck mal, ist doch perfekt. Ein Radar hat aber trotzdem keiner gefunden, ne? Nope. Kann doch nicht sein. Unsere Tränketruhe ist voll. Ja, die... Mit Rückruftränken. Ich hach die mal alle weg. Ja, die brauchen wir wirklich nicht. Alter, du hässliche Wolke, geh weg. Ja. Okay. Platz. Wie selten ist bitte dieses Fuckradar, ey. Drittes von unten rechts für Jay. Ja, Jay, brauchst du noch Einhornhörner? Ja. Viele? Immer. Alle. Danke. Wie alle. Ey, ich... Brauche ich wirklich nicht. Ach, das ist deine Munition, oder was? 200 Schuss. 200 Schuss ist ein Einhornhorn. Okay, ich habe noch 10. Jay ballert richtig. Wo bist du denn? Letzten 2000 Schuss Einhornhorn. Das ist nice. Ach, du bist da gar nicht. Das sind 10 Einhornhornhorn. Das muss erst mal finden, die Scheißviecher. Ach doch, du stehst da unten. Das ist geil. Boop, boop, boop. Ja, wieder ein paar mehr bauen. Habe ich die jetzt gegeben? Ja, ne? Ne, habe ich nicht. Ne. Habe ich noch nicht. Jetzt habe ich sie. Danke. Direkt wieder bauen. Ist so nice. Ja, alt waren. Hey, 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 hey. Cave Explorer, danke für den neuen Prime Sub. I am Pommes, danke für den Re-Sub. Oh, ich hätte voll Bock auf Pommes. Oh mein Gott. Peter, Peter hat schon... Sitzt auf heißen Trüben. Wir haben schon 4.11 Uhr. Ich habe völlig vergessen. Oh no, vor einer Stunde wurde mir geschrieben. Essen ist fertig. Ich gucke mal schnell, was noch davon da ist. Oh, ey, Peter, hast du schon dein Instagram-Foto gemacht? Ja, habe ich schon heute Morgen gemacht. Oh. Oh, der feine Herr. Ich mache mal so einen Mechanical Sky. Haben wir noch Soul of Light und Soul of Night? Drei Stück. Würde mich wundern. Glaube nicht. Ihr habt die immer auf Anschlag weggemacht, die Huren. Also, Soul of Night kann sogar sein, aber Soul of Light habe ich auf jeden Fall nicht. Geil. Wie schlecht. Heute gibt es statt hier. Ei mit Brokoli. Ei mit Brokoli? Ja, voll leer. Wie sieht ein Ei mit Brokoli? Zeig mal her, nochmal in den Stream, bitte. Das ist halt Brokoli-Röschen und da schlägst du Eier rüber in der Pfanne. Was ist es? Hey. Ja, das ist es. Und Salz und Pfeffer noch. Ohne geile Gewürze, oder was? Ja, Salz und Pfeffer. Easy game. Mega geil. Ich mache Brokoli. Lecker. So. Welches Event wollten wir machen? Wollen wir mal die Fenden, glaube ich. Ah. Geil. Also, bringt das wirklich was? Ja, auf jeden Fall. Also, allein die Rüstung, die T3. Je besser wir kommen, desto mehr, stärker wird ja auch die Rüstung. Ja, noch zweimal das Ding machen und wir können uns ein Rüstungs-Set passen. Ja, wenn es das wirklich bringt, weil ich, für mich, bringt das auf jeden Fall nichts. Das weiß ich halt nicht, ne? Was ist ein Günstlings-Schaden? Sowohl meine Minions, als auch, ich glaube, die, ähm, Türme. Corvus, danke für den Prime-Sub. Oh, das ist die Subi, habe ich vergessen. Die Raten-Event können wir auch gleich machen, wenn ein Jailer ist. Das stimmt, Leute. Ich wollte jetzt das Event haben. Also, erst die Fenden und dann... Wir können jetzt... Bosse machen, whatever. Ey, Chad, würdet ihr sagen, ist die Jäger-Rüstung bei dem Verteidiger-Event... Oh Gott, die Crimson ist hier schon, äh, die Hello ist hier schon. Äh, ich mach mal, ich mach mal ein Event, ne? Äh, würdet ihr sagen, dass die Jäger-Rüstung besser ist, als die Hello-Rüstung? Oh, ich muss noch ins Team-Grün. Wieso? Ah, okay, ich konnte nicht klicken, weil das Ding... Okay. Hast du jetzt Tier 2? Nee, ich hab keinen Tier 2 geholt. Okay. Kostet ja viel zu... Also, das ist ja... Verbindung hat ja gerade eh schon zu wenig. Ja, aber da musst du wahrscheinlich Tier 3 holen, oder? Jetzt halt die Frage, ist einmal Tier 3 besser als zweimal Tier 2? Stimmt. Du kannst ja nicht zweimal Tier 2 haben. Ja, aber... Also, du könntest dir Tier 2 holen. Wir können Tier 3 ja eh... Erst kaufen, wenn wir den, äh, Skeletten besiegt haben. Ja, ich würd sagen, Hello, es ist besser, Jäger. Okay. Okay, Turm steht. Die ersten Wellen sind super, da kann ich nur bei Essen. Danke, Voodoo. Macht das fun. Scout des Monats hat auch Ries gehabt. Dankeschön. T-Panis ist halt auch einfach so wack. Oh mein Gott. Weg da, ich vore Mana. Ich sollte ihn nicht aktivieren. Nee, solltest du nicht. Da krieg ich Peter direkt Stress in dem Backen. Ich wollte eigentlich nur den Mana für dich hier farben. Damit du auch was aufbauen kannst hier, bitte. Warum Janes grüne Team? Ja, weiß ich auch nicht. Oh, meinst du von hinten machte da am meisten Sinn? Ja, weil du dann die, auf jeden Fall, größte Reichweite ausnutzt. Ja, selbst Waffe spielt ja monotone Musik, weil der nur in eine Richtung schießt. Ich hab, ich hab, ich hab das jetzt mal, bei mir im Spiel hab ich das leiser gemacht. Den Zaun. Ich geh mir selber voll auf die Zwiebel. Aber es ist halt die stärkste Waffe hier. Du kannst halt machen, was du willst. Und dann mach ich bis zu 1800 Schaden. Das ist echt krass. Auf 1800 oder 1800 komm ich erst, wenn alle Viecher da rauskommen und ich super viele Türme da gespawnt habe. Ja, mein ich ja. Nee, mein ich ja. Also wenn alle Viecher da rauskommen und alle durch in einer Reihe da durchdauern. Was soll die Lücke hier? Die macht mich wahnsinnig. Ich hab mir gerade einen Mana gegeben. Ja. Sepp, wand hinters Portal, damit die Noten abtreiben. Hast du jetzt ein Problem damit, Peter? Was mache ich? Möchtest du mich jetzt kritisieren? Oh, das ist eine gute Idee. Hier, du machst jetzt einfach, verteidige den Scheiß jetzt mal, Peter. Ja, mach ich gleich. Was, Peter, mach das mal hier. Verteidige den Scheiß jetzt. Ja, siehst du, wie das nämlich ist? Haben wir eigentlich jetzt den Bonus gegen die Drakhin? Fuck you. Äh, nee. Wir sind zu weit weg, Peter. Ja, wow. Da hätten wir einen Banner. Ja, aber die anderen, also das haben wir ja nachher, wenn wir in der Mitte dann kämpfen. Ja. Ich hab aber noch einen Banner geflüchtet. Wenn der gleiche nicht vorne dort stehen bleibt. Die Banner machen nichts. Aha. Ich kann ja gar nicht hinterbauen, okay. Ich komm voll weit. Was händ' ihr für Lappen? Ich hab Peter geärgert. Das lag vielleicht daran. Hast du Mana, Peter? Schade, ich wollte Mana. Wölf. Wölf? Ja, hier, warte. Ich schieße jetzt mal mit, wieder. Okay. Ja, geht gut. Das Hellow spreadet zu unserem Haus durch die Steinbrücke. Oh ja. Oh, das ist immer bitter. Und hebt damit die Sonnenblume auf. Das wird gleich mal gucken. Maner! Lieber will ich's bekommen. Lieber chattet, haben wir schon gelesen mit dem Hollow, aber das werden wir halt jetzt gerade nicht ändern, weil wir können nicht bauen. Also ich mein, warte mal, die Stellenbrücke. Sollen wir uns dagegen machen? Was sollen wir dagegen machen? Die Stellenbrücke abbauen. Ja, ich musste vorhin, ich musste vorhin ne Sonnenblume wegmachen und da der Zett ja meinte, Sonnenblumen stoppen das ja nicht, ne? Weil das ja easy gestoppt hat. Und jetzt spreadet das wieder, weil die Sonnenblume weg ist. Also jetzt mach ich 2000 Schaden. Jetzt mach ich 1000, 1000 Schaden. Ich mach deutlich weniger. Ja, stellst du dir nicht die Feuertürme auf? Ich verstehe. Ja, die kommen jetzt erst langsam in den Eichwein. Ich mach so viel Schaden. Ich mach so viel Schaden. Ich verschwöre. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt sagt. Ich hab' ich noch Nuschel. Du brauchst nur 5 Töne oder 6? Da könntest du den Kopf in den Kram da machen. Wer hat der? Welche Welle kommt jetzt? Außen. Jetzt kommt drauf an, die Leute. Wieder hier. Wieder hier, der... Kann sein, dass ihr immer links kommt. Kannst du hier links? Ich glaube auch. Ja. Ich sag dir, ich sag dir Bescheid, sobald die gegen Ende der Türme ankommt. Okay. Okay. Ja, das reicht. Komma. Easy. Haben wir geschafft, Jungs. Mal wieder hier die E silk zu hoch Diane für Bast pocket 난. Das ruiness Ja. Danke. Mum.... Ah, BAA. Denkstück, Jungs. Danke schön. Was request man даже wieder nur gebracht? Damit du die Karton krankst initiate another one inch Wenn du ihn für Lost coins ellos solltesten nochmal machen, oder? Ich habe nur 21 gekriegt. Das ist so witzig jetzt. Ich hab nur 5 gekriegt. Warte fuck? Ich hab 25 bekommen. Ah 15, so. Alter was ist das denn hier fürnigt? Ich hab ein Schild des Knacken gekriegt, Christian, hast du das geklappt? Herr Peder, hier ist eine Muramasa drin, ne? Ne, das habe ich aber letzte Runde auch bekommen. Hat das eine Fähigkeit? Ne, hat das nicht. In der Truhe, die einem immer auf den Sack geht. Freue ich aber nicht, habe ich schon verbaut, alles. Sonnenblumenbrücke. Okay. Danke. Okay, was kaufen wir uns jetzt da bei dem geilen Dude? Können wir nichts von gebrauchen? Ja, ich brauche noch 25. Einmal müssen wir noch machen. Hat die eigentlich, hat die eigentlich, äh, einen Z-Bonus dann auch? Ja, ich glaube, den müssen wir uns einbauen. Welche holt ihr euch denn, die vom Knappen? Für mich ist die vom Knappen. Ich nehme die Mönchs-Sachen. Glaube ich. Dann guck mal eben. Mönchs-Sachen? Ja, ganz unten die. Ähm. Na, Kampfschaden erhöht. Danke. Dankeschön. Warte mal. Danke. Also machen wir jetzt noch eine Runde den Staff, oder was? Ja. Da steht noch die Rüstung bei. Lass mich kurz eben gucken. Da standen die Mönchs-Sachen bei. Da, Monk-Armor. Lightning-Aura-Sentries can deal critical hits and strike faster. Plus zwei Sentry-Capacity, plus 30% Minion-Damage. Dann ist, glaube ich, die Rüstung, die die hier verkaufen, ist nur gut für, ähm, für diese Events. Wieso? Bei mir gibt's aber auch generell Nahkampfschaden. Beispielsweise die Hauptrüstung gibt mir 15% Nahkampfschaden dazu. Das ist ja jetzt nicht so verkehrt. Also machen wir einmal noch, ne? Dann würde ich direkt starten, weil die erste Welle ist ja super lame. Dann finde ich aber tatsächlich die Monk-Armor gar nicht so geil. Na egal. Jetzt müssen wir hier die Sonnenblumen dann noch hinsetzen, bevor ich starte. Wo sind denn Sonnenblumen? Hattest du die nicht im Inventar? Ich hatte bestanden, du hast die im Inventar. Äh, nö. Wo finde ich die? Niemand Sonnenblumen? Ich hab keine Sonnenblumen im Inventar. Ich geh mal in welche Rollen. Wenn du mir sagst, wo die ungefähr sind, kann ich mal mitbringen. Nö, ich such die eben. Die sind links von unserem Haus, stehen die ab und zu mal so rum. Ach so. Hier sind welche. Wenn du dann davon mehrere bei Bosskämpfen bauen kannst und das erhöhten Schaden macht, ist das auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Und im Torred? Ja. Ich hab hier einfach mal ein paar Sammlungen. Ähm. Wer kann die auch nicht tun? Okay. Bei Dorian kann man die auch kaufen. Warte mal, ich wollte die noch in die Wand. Ne Leute, gleich gucken wir erstmal an ein Piraten-Event. Ja. Was machst du da? Okay. Ich hab die Wand dahinter gesetzt und das dann bauen. Komm ey, fick dich. So, los geht's. Oh tsch, tsch, oh tsch. Hä, wieso sind die noch da? Uh, dann sind wir da. ja danke für die anfeuerung ich habe es geschafft als der maler gehabt hat das mehr als sonst als der zahljahre 14 ich habe nur 11 bekommen leidet ihr auch gerade am kreativen schock du hast die macht der schotzung verloren ja steht oben da das ist dieses spitzhacken sind wir benutzten die holy arrows haben aber mal zünden ja dann irgendwann aber peter du warst ja zu gut dankeschön finde ich auch nicht so krass aber nicht schaden kriegen peter das tut weh wann klingt zu weh der unverschämtheit guck mal christians leute kommen schon rüber ja ich habe mein gutes ich habe meinen guten scheiß verloren ja warum hast du mein gutes jojo mit füßen getreten ja weiß ich halt auch nicht wenn ich das jojo ranne äh hab vergessen wie das hieß jv ist das noch mal das finde ich halt auch so nice ich habe mein jojo verloren ich habe keine ahnung wie ich das gemacht habe ohne winz ob das irgendwie beim wendenwechsel passiert ist weil danach ist mir das erst aufgefallen ich habe keine ahnung jellert hieß das jojo ich glaube immer noch das schlummern in irgendeiner truhe ja ich bin aber alle truhen dann mehrmals durchgegangen jetzt darf jau mal was bauen Jeeey Hier hab's sogar noch 8 Alter, direkt 4 Peter Richtig krass Jetzt geht ab Wieso kriegst du eigentlich mal? Bisher hat schon 6 Oh Haben wir eigentlich schon überlegt wie wir jetzt Terraria weiter streamen Wir haben ja nur bis heute geplant Ne, wir haben noch nicht länger als heute geplant Wir müssen ja mal nach Wir kommen jetzt leider weiter die Dinos Ja Also wir sind ja noch nicht mal beim Journey's End Content, oder? Ne, wir müssen also das hier ist auf jeden Fall neu, aber da müssen wir uns halt nochmal drüber unterhalten auf jeden Fall wie wir das weiter machen. Guck dir dein ein Auge da an Geht mich schon wieder auf den Sack Der ist unten drunter, ne? Ja, aber warum? Wie kommt der da unten drunter? Wir fliegen das sonst auch nicht durch durch Moja Vielleicht musst du ein Loch machen, damit das durchkommt Ne, durch einen Aber geht ja auch nicht Ne, wir dürfen ja kein Loch machen Ich versuche gerade zu angeln Haben die sechs gereicht, dass du noch einen bauen kannst, Jay? Ja, bis zum Gönner, jetzt habe ich sieben Okay Der Chat, der hat keinen Bock mehr auf der Barriere Ach, Moment, jetzt muss ich ja wieder richtig schießen Sehr schade Warum regnet das eigentlich? Ist das nicht voll gut jetzt für dich, Christian? Ne, Regen ist egal, da steht irgendwie windiges Wetter Oder so Also Sturm ist halt wirklich was anderes Sturm, dann wirst du auch richtig zurückgedrückt vom Wind Das ist echt super Lamo bis Level 7, ne? Äh, da stehen links klickt Bedrückt halten, fertig Warte mal da links Was ist denn da los? Ha! Einen Mana habe ich geklappt Ich glaube der Chat, der möchte doch ein bisschen mehr Terraria, okay Dann habe ich das falsch verstanden Sorry Verdammt 9 Scheiße Dann einen Mana hat Christian uns geklappt Weil Christian uns gezockt hat, Mana Ja, wo bist du? Absolute Unverschämtheit Ich muss jetzt aber machen Ja, das machen nur die Dinger Also ich kann das hier auch ohne Christian Ja, deswegen Ich schaffe das ja auch alleine hier Das ist ja auf der anderen Seite schwerer Ich sehe auch gar nicht, wo mein Messer rumfließt, ehrlich gesagt Ding, kling, 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 kling Ich sehe auch nichts Das ist einfach nur ein, so ein, so ein Effekt befresst So, geschafft Wolltest du schon mal links rum? Joa, kann ich machen Du willst es schaffen, hat er eh nicht Boah, die sind immer noch am Kämpfen Was ist denn hier los? Boah, die sind immer noch am Kämpfen Boah, die sind immer noch am Kämpfen Mal Finger weg, Prinz Ja, echt mal klauen uns mal nicht, das Mana, ihr Penner Sepp, kannst du mir eins Habt ihr noch eins? Ah, zu spät Ehm nicht Fünf hab ich noch Ich hab noch eins Ist egal, ist eh die letzte Welle Aber da lagen Verteidigermedaillen in der Mitte Ja, die gekürten nach jeder Runde Ja, die gekürten nach jeder Runde Ja, 2000 Schaden Hm, toll Also ich komm auf etwas über 3 3200 3.000? Ja, krass Mit den Tower, ne? Naja, mit den Tower Ohne auf keinen Fall Ja, deswegen sag ich Du machst schon ein bisschen mehr Schaden Ja, das ist halt krass Diese Harfe, die geht halt durch alles durch, ne? Das ist halt echt super Oh mein Gott Der Standard ist nicht so cool Komm schon, ich will die 4000 Yay, geschafft! Nice Boah Mega Oh, es gibt eine Abstimmung Lieber Chat, einmal bitte abstimmen Was wollt ihr? Wow Was? Ihr müsst leider abstimmen Die hab ich aber nicht gemacht Gute Abstimmung Hey, ich glaube die wurde Die wurde Ganz demokratisch Im Parlament eingereicht Und wird jetzt abgestimmt So Chat, ich sehe da richtig Ich hab nur 24 Mark gekriegt Warte, ist das denn für eine Verarsche? Chat, ich sehe da richtig Ich hole mir jetzt das Münchs Amor, oder? Brauchst du jetzt noch eine Verteidigungsmedalle? Du warst kurz bei 4200 Nice Ich hab gerade ein Schwert gedroppt bekommen Höllenbrand Alter, den hast du auch jeden Morgen Nachdem du wieder gesoffen hast Sieht ganz gut aus eigentlich, das Schwert Das Problem ist, das ist sehr kurz So wie... Dein Penis, richtig Also bei mir, das macht überhaupt gar keinen Sinn Diese Rüstung zu kaufen Ich kauf die jetzt mehr Dann mach das doch nicht Die ist halt schlechter Die hat weniger Verteidigung Die hat zwar so ein paar bisschen bessere Stats, aber... Warte mal, mit der Rüstung hätte ich... 46 Verteidigung Du hattest 26 mehr als ich jetzt habe Aber ich bin über die Nummer auf... Ich bin mir halt echt unsicher, weil... Ich bin mir halt echt unsicher, weil... Damit habe ich halt weniger... Viecher Also immens weniger Warte mal Eins Zwei Drei weniger Viecher Aber die ist... Aber die ist... Scheiße Ja, aber die... Centuries sind keine Summons Ja, genau Also die Rüstungen sind für die... Für die Centuries gut Nicht für normale Spielen 28 plus 26 Ne, Leute 28 Rüstungen habe ich doch, weil ich hier irgendwo auch noch Rüstung drin habe Da sind noch vier Abwehr drin Hier, da bleibt doch Rüstung über Nein, aber vier Acht Wenn ihr rechnet, rechnet doch bitte richtig Nicht holen Nicht kaufen Das lohnt sich nicht Nicht holen Bier, Bier, Bier Safety Coins für T3 Gier Okay Gut, das wird noch mal Okay, ich habe ein Minions nur gekauft Bei mir lohnt sich das definitiv nicht Im Vergleich zu Adamantit Oh, warte mal Das ist ja auch geil Hier, ein Lehrlingsschal, brauchst du den Christian? Increases Minion Damage bei 10% Zeig mal her Und ein Sentry mehr Also es ist quasi wie die Rüstung Oder kannst du den kaufen? Ne, ne, das habe ich gedroppt gekriegt jetzt gerade Increases maximum of Sentries Aber Sentry ist nicht Minion Jaja, aber das nächste Können wir unseren, äh Unseren Zauber, unsere Sentries tauschen Weil meine Rüstung gibt mir einen Bonus auf die Ballista Smarterweise Klar Ach, das habe ich schon Das ist auch egal Ja Oh Aber das ist mit Schaden Alter Das ist mit Nahkampftempo Nehme ich doch lieber da? Hä? Ach Hab sie festgemacht, so Sturm 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 Was? Sturm Sturm Oh Gott Sturm Hast du mir das Ding gegeben? Ja Danke Hab sie gegeben? Ah ja, hast du Okay, alles gut Ist ja gerade so Okay Sturm, das heißt nach links Chat Ja, ich bin unterwegs Was geht denn da jetzt? Weiß ich nicht Aber ist das nicht das gleiche Christian? Ne Das ist mit Plus Nahkampf Schaden Ich habe es mit Plus Schaden Ne, da steht Irgendwie hört der Sturm hier auf Was bringt der Sturm denn jetzt? Sandsturm Der ist irgendwie ganz selten nur Und Christian braucht davon irgendwas Ich brauche mich an der Namanen Ah ja, ich sollte irgendwo in den Schneesturm Ja, für dich Ne Chat, was soll ich da nochmal für mich farm? Ich weiß allerdings nicht wo Ist das hier Schneesturm? Das könnte Schneesturm sein Müsste mal gucken, ob hier so ein Elementarvieh kommt Peter ist immer super schnell Okay, Peter bleibt doch nicht an jedem zweiten Ding hängen Ja, was gibt es denn? Ja, was gibt es denn? Frost Scores Frost Scores Frost Scores So, Eis Elementar Ja, Eisbole Wie gibt es einer Wie gibt es einer Oberfläche oder was? Die sind einer Oberfläche Ja, ja Davon habe ich auch einen gemacht Die haben so 3000 Leben oder irgendwie sowas Oder 4000 Die sind immer dumm und langsam Dumm und langsam Das ist gut Hier richtet es aber nur in der Wüste Danke Ja, das ist kein Ja, also hier ist kein Kein Sturm Ne, das sieht aber schon ziemlich stürmisch aus Wenn der Schnee von nichts errichtet Ähm, in der Wüste Original Turk Danke für den Reset Oh, ich gehe da drauf Also ich glaube hier ist ein Schnee Also Schnee Dann ist das schon Dann können wir von mir aus jetzt einen Boss machen Aber wir können keinen Boss machen Weil uns die Light und Light fehlt Oh, Eisbole Aber ich habe doch vorhin noch irgendeinen Schädel gesehen Okay, der ist hart Wie gesagt, wir könnten ein Parade-Event noch machen Oh, what? Da haben die Schnee getötet Oh mein Gott Also der macht einen Froststahl In irgendwelchen Truhen haben wir auf jeden Fall noch Schädel Okay, war ja einfach Frostkern Genau Schäden Okay Wie viele brauche ich denn von den Frostkernen und was baue ich damit, Chad? Also ich glaube eine Frostrüstung Haben die gesagt 3 Wüste ist Corrupted 3 Wüste ist Corrupted Ja ist egal, weil der Schnee hier auch Ja eben, der Schnee ist ja auch Corrupted Ich glaube hier ist einfach kein Sturm Ich gehe mal Light und Neid farmen Mechanisches Auge und mechanischer Wurm haben wir Ja ist doch geil, können wir werden machen Echt? Wo kommen die? Ja, aber wir brauchen den Skeleton ja auch Ja, aber die können noch im Monatel Piraten-Event machen Den wissen wir noch gar nicht, ob wir den Skeleton überhaupt in Besicht kriegen Oh, sorry Ja, dann beschwör die Ja, dann beschwör die Könnt ihr Okay, bei mir hat der Dingens Fahr aufgehört Der Schneesturm jetzt Aber ja mal hin Was ist das denn? Ja, dann bis zum nächsten Schneesturm Ich hab kein Wur Keine Ahnung 3 Uhr oder Schneesturm 3.49 Uhr Das heißt, gleich geht los mit dem Boss Ab 17.30 Uhr ne? Dann komm ich Da vorne Chat kann man das Piraten-Event auch tagsüber machen? Piraten, 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 Piraten Chat will glaub ich Piraten Aber warte mal Chat Wenn wir Piraten auch tagsüber machen können und wird jetzt nacht Ist doch dumm Piraten jetzt zu machen Ja, dann lass doch lieber das Wurmzeug oder whatever machen Und dann können wir tagsüber immer noch die Piraten machen Wurm oder Auge Ja Ja Ey, Peter Ja Diese Frostrüstung, die kannst du auch echt gut gebrauchen Was ist das denn? Was für ne Frostrüstung? Gräbe? Hier Äh, bist du da? Ne Die Macht Da ich dir sofort Die Frostrüstung macht 16% erhöhter Nah- und Fernkampfschaden der Hellen Dann die Brustplatte macht doch mal kritischer Nah- und Fernkampfschaden um 11% erhöht Dann die Bewegungsgeschwindigkeit Nahkampfgeschwindigkeit der Frostgamaschen Also der Hose Also Ist schon krass Okay, und wie viel Abwehr macht die so? Äh, 10 Abwehr der Hellen 20 die Brustplatte und 13 die Hose Ey, das ist deutlich geringer, aber die Boni sind natürlich ziemlich stark Also weiß ich halt nicht Ich weiß ja nicht, was der Bonus ist davon Warte mal, ich check mal ab Dass ich Frostrüstung kann 4 kann ich ohne Buff machen Also mit Buff 5 Frost Armor So 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 frostbörner sind die bar zu lang sind dort kriegen die quasi aber die karte geht noch nicht ich habe endlich ein köder dafür brauchen wir das grüne erz aus dem jungle das wir noch nicht abbauen können das können wir doch schon abbauen nein können wir noch nicht wir müssen den keinen neuen bohrer ich wüsste nicht womit skeleton king müssen wir machen dafür dann können wir das gespät ist es wird jetzt dunkel kommen zurück ich habe keine uhr aber irgendjemand von euch wird eine uhr haben oder ich habe keine uhr er hat die glaube ich doch ich habe nur sieben uhr ist ja zu hause habe ich nur so habe ich zu hause nur hat hier eine aufgabe oder so ich habe die nur zu hause nur 7 uhr sind 7 uhr 14 15 ja ab 7 uhr 30 kann ich spawnen ja aber jetzt sind noch nicht alle hier oder hey jay muss noch kommen ja ach das ist jay's uhr den machen wir womit wollen wir anfangen den burm würde ich sagen und dann schaffen wir vielleicht noch die augen in einer nacht müssen wir nur zeitig anfangen jetzt ja let's go na sepp ist noch 3.800 sowieso halt tot der hat sich auch nochmal schnell wegzelt okay dann go ja mir ist gerade aufgefallen dass ich noch hier die haben sich gerade wegzelt zeig ich anfangen ja das messer ist super stellt eure firma auf leute ja warte ja jetzt habe ich nicht ich bin gleich tot in dem habe ich noch 120 ich halte mich mal zurück die laser dinklis geben ja hart auf den sprulli äh oh gott ich kann mich leider noch nicht heilen teuer das wird bei der krankenschwester ja 5 gold ne jo alter wie der voll durch unsere npcs ballert i'm dead so wieso du ja nicht unsere npcs nein 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 ach komm lol was le was le was von ner verkackten rüstung fotze da mann dann spawnen da oben Viecher nein sie haben uns ich hab lol was gesagt ne 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 doch ich hab dann le was gehört ich hab lol was gehört alter die hauen ja voll rein diese laser strahlen nein will mich verarschen wahnsinn oh oh tank mal ein bisschen oh ist die krankenschwester tot ja ist sie leider belasto das ist wirklich belastend »nein« »nein« »geht doch direkt auf mihhhhch« »nein« Ja, 240 Schaden. Da war ein bisschen viel. Bambi ist tot. Oh mein Gott. Alter, geht mir doch nicht auf den Sack, Mann. Alter, wir haben mich direkt wieder ab. Ich muss überleben. Oh Leute, wer bei uns in der Base ist. Ja, fort. Wie viele Leute sind noch da? Oh Leute, er ist tot. Er ist tot. Wo ist er denn gedroppt? Hier unten. Bierwerfer. Was ist denn der Bierwerfer? Ich habe das Wagenstück. Damit kannst du dir dann einen Skin craften. Geil. Das ist ja... Und einen roten Hut habe ich bekommen. Goblin-Bomber-Banner. Limpfohren-Banner. Aber bei Limpfohren-Banner lassen wir. Ja. Gerne weiter. Nächster. Stimmt. Die Augen. Warte mal, wir haben dafür nur drei Minuten Zeit. Ne, machen wir nicht. Drei Minuten. Sollten wir sein lassen. Die Augen bauen lange. Nächte sind aber auch kurz. Ja, ist echt so. Dann können wir jetzt doch so wie Piraten machen. Bestimmt. Was ist denn bitte der Bierwerfer? Der ist glaube ich nicht so gut. Bitte was? Ne Gitarre. Mega gut. Machen wir die Maus hoch, oder? Irgendwie kann ich nur einen tun. Warte, ich geb dir die mal. Ey, wieso kannst du Bäratöne? Je nachdem, wie hoch du die Maus hältst. Wie hoch die Maus ist, wie mit meinem Ding. Aber leider ist nicht. Die Maus ist ganz oben, dann spielst du den höchsten Ton. Die Maus ist ganz unten, spielst du den niedrigsten. Das wäre schon ganz schön smart, wenn das so wäre. Dammit. Ach, wie weit entfernt. Ja, aber ist trotzdem nicht, also ist trotzdem nicht das weiteste, ist nicht hoch oder tief. Ach, schade. Oh, schon nah dran. Geht nicht. Schon nah dran. Ähm. Ja, Pirate muss Jay machen. Ja, ich denk mal, voll zäger. Drei Töne. Was hab ich denn dafür jetzt weggezahlt? Ich hab keine Ahnung. Was hast du gesagt, Jay? Du musst schon wieder Schüsse fahren. Was muss man denn dafür, was muss man dafür machen? Ja, du, hier das Pirate-Ding hier. Warte mal, Pirate-Map brauchst du. Ja, das Pirate-Ding hier. Richtig. Die Pirate-Map ist ein Hard-Mode-Item, die benutzt, um eine Pirate-Invasion zu zägerieren. Okay, ich zünd' das jetzt einfach. Er ist die Nurse wieder. Okay. Ähm, Piraten von Westen und Westen. Äh. Okay. Gehen wir mal Richtung Westen. Tief in die Westen. Sieht man die schon? Ne, man sieht die gar nicht. In der Map sieht man die auch nicht, ne? Vielleicht spawnen die sofort. Die sind aber stark. Ey, eben habt ihr gesagt, wir machen die Piraten easy, Leute. Verdammt. Vielleicht sollten wir auf die warten. Ja, wir können bei der. Bei unserer Arena. Komm mal vom Westen, Peter. Ja, okay. Ich geh mal, ich geh mal scouten. Jay schreit in 3, 2, 1. Schau mal. Ey, sind Piraten in der Saison. Da kommen sie, die Piraten. Die Piraten. Oha. Piraten nähern sich vom Westen. Aber jetzt kommt, hä? Aber noch. Wait, irgendwas bricht er aber ab. Und rechts wird verschwinden. Wait, wieso kommen Piraten auch von außen? Ihr müsst in der Nähe des Hauses bleiben. Okay. Piraten sind da. Ja, komm ich zurück. Also bisher sehe ich da nur rollende Köpfe und Jay hat noch nicht mitgemacht. Aber hast du gehört, je weiter du die Maus von dir weghältst, desto anders ist der Ton. Ja. Ja, das hatte ich mitbekommen, aber ich bin so unmusikalisch, ich kriege sowieso keinen Piraten haben. Alter, der eine hat gerade ein goldenes Waschbecken fallen lassen. Geil, endlich. Ich habe ein goldenes Klo für dich, Peter. Das wäre der Shit. Die Piraten sind noch am rechten, an der rechten Seite vom Haus. Warum? Ja, das ist voll unfair. Ja, das war der Trick der Piraten. Wir haben mal Westen ankündigen. Wir haben einfach einen Brief geschickt. Jo, wir kommen von Westen. Hey, die kommen einfach nur oben runtergesprungen, die Schweine. Und dann kommen die von unten. Ja, wir haben wieder nach Westen. Allee, Mann, nur Schaden. Oh ja, Schaden machen die. Hard-Mode-Event? Ja. Äh, Piraten-Captain bei mir. 6.000 Leben. Rechte Seite. Rechts. Oh mein Gott, der ballert, ja. Okay, nach rechts. Oh mein Gott. Rechts, rechts, rechts. Oh mein Gott. Unten bei uns an der Base. Oh mein Gott, der hat so einen Shark. Ja, ja. Ey, warte mal. Die können doch nicht. Oh, warte mal. Warte, warte. Nicht? Äh, äh, lass mich. Mach mal die Piraten weg. So, fuck you, Piraten. Ich glaub, das war mit dem Captain. Glaub ich auch. Captain or Captain. Alter, what the fuck, was hat mich denn gespielt? Oh Gott, das ist so. Hier ist noch ein Piraten-Captain. Lasst die mal ruhig kommen, Jay. Ich mach die alle. Hä? Was ist das denn? Alter, Piraten-Pirates-Purse. Wobei, ich bin relativ voll. Ich kenne irgendwas. So, wo sind denn hier die Damen? Ich hab ne Kundenkarte gefunden. Was ist das denn da hin? Von wem? Tops Prices lauert bei 20%. Okay, das ist sick. Oh. Der ist doch cool. Ja, vor irgendeinem random Drop hat er, äh, Mord hat die gedroppt. Von den Piraten hätt ich gerne irgendwas. Hast du irgendwer was? Den Stab, genau. Den Beschwörer-Stab. Kannst du ja Piraten beschwören. Ja. Sehr cool. Nice. Oha. Heiß. Ich glaube, du hast nicht mehr so viel Leben. Nee, aber ich mache nix, unsere Nurse ist tot. Ah ja, hm. Ich hab auch nicht mehr so viel Leben. Wo sind denn die ganzen Piraten? Ach, rechts sind ein paar. Oh, da ist er wieder so, der Captain. Ähm. Ah, der Captain soll kommen. Der darf nur nicht schließen, wenn er einmal muss nicht sein will. Der Captain kann aber eher so weniger, muss ich sagen. Der Captain ist mehr so'ne Lusche. Oh Gott. Oha. Feuer. Oha. Hä, jumpten die da vorne alle runter? Ja, das ging am Anfang. Jetzt geht es ab. Oh mein Gott. Hier ist ein Piratenstück links. Ja, äh, äh, genau. Da ist der fliegende Holländer. Flying Dutchman. Ja, wartet mal eben kurz. Versucht mal. Ja, wie? Auf wen? Auf das Schiff? Nee. Oh, lol. Das ist ja gar keiner von uns. Oh Gott. Die Dutchman kriegt schon gut Schaden, aber die anderen Piraten machen halt super viel Schaden. Ich versuche mich noch ein bisschen mit dem Piraten zu kümmern. Ups. Oh Gott, die bums mich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 61 Gold habe ich verloren, Leute. Oh mein Gott ist der fliegsreicher. Oh Mist. Alter, die sind auf einmal überall. Ja, im Haus. Die kommen von allen seinen Prozessen. Scheiße, die campen im Haus. Die campen den Spawn, Leute. Da müsst ihr die einmal wegmachen. Ja, scheiße, die campen halt echt mit Spawn. Was ist das denn? Die müsst ihr da wegmachen, sonst spawnst du und bist direkt wieder tot. Ich zieh sie weg, ich zieh sie weg, ich hab sie weg, ich weiß, sie sind weg. Oh Leute, ich bin schon wieder tot. Komm mal, auch von der anderen Seite, ist das Problem. Oh Gott. Kapitän hat zwei, oh Gott. Ja, ich hoffe, der hat auch A, B, C und die sechs. Versuch mal zu überleben, aber da zieh mich so groß. Wir haben halt leider keinen Ausgang oben, ne? Ja Mist. Alter. Sehr gut. Sollt gut aus, oder? Ich bin raus. Müssen wir gleich noch die Hollow wegmachen? Wir müssen auf jeden Fall gleich die geilen, äh... Oh, nochmal. Oh nein, what the shit. Oh no. Nächstes Schiff. Ich hab kein Leben mehr und die Piraten sind schon wieder in unserem Spawn. Ich hab's gerade rechts irgendwo gesehen, ne, doch nicht. Keine Ahnung. Oh, das war ein Piraten-Captain wieder. Doch, das ist rechts. Rechts hängt's fest. No, das hängt fest. Oh nice. Oh, das ist super, da kann ich richtig Damage reinballern. So ist gut. Nicht bewegen. Yo. So ist ja awesome. Alter. RIP. RIP Piraten-Schiff. Na guck mal, deswegen haben wir den Kasten da hängen. Ja, echt, ey. Über die Planke gehen haben wir gekriegt. Nice. Nice. Frederik. Verraten, wurden besiegt. Nice. Gibt's irgendwo ein Brauch? Boah, jetzt müssen wir mal die ganze Scheiße hier wegmachen. Also, ich hab ne Kundenkarte gekriegt, ein Enter-Messer. Gibt's noch was wie nen richtigen Drop? Peter, jappert für dich, komm mal her. Ich glaub sonst nicht. Peter. Hier. Christian, wo bist du? Ich hab die goldene Toilette. Jawohl. Ach komm, Sepp, jetzt hast du es gespoilert. Warte, warte, warte. Warte, warte, ey. Wow. Gönne Klofe. Er hat sich so drauf gefreut. Das war's jetzt. Ja, gönn ihr das. Ja, ohne Scheiß. Aber Jans, das hat doch jetzt nix gedroppt. Also nix. Ja, gut. Das, was ich halt gesagt hab. Ansonsten hab ich nix. Oh nein. Ich guck gerade mal. Das Schiff ist im Penny-Eingangsbereich gestrandet. Der Käpt'n ist da. Chris Woidberg. Ja, wir haben einen goldenen Kronleuchter. Ist das toll. Die Woidberg ist von mir aus. Alter. Leck mich an. Ja, da können Sachen automatisch reinkommen, wenn dein Inventar voll ist. Ah, hier stimmt's noch. Mit goldenen Türen. Jetzt geht er ab. Oh, ne goldene Verlieskommode war da drin. Ja, vielleicht. Mach alles schöner. Da war tatsächlich noch ne goldene Truhe. Ah, die kann platziert werden. Okay, die bringt's uns nix. Ja, leck mich doch. Ja, wir machen auf jeden Fall hier ein richtiges Special-Zimmer jetzt. Alter, das lohnt sich. Das ist richtig Party. Mit Klo und Waschbecken. Wow. Kann auch ein Waschbecken. Piratenbanner. Ich hab ne Matrosenhose. Das ist das Einzige, was nicht golden ist. Also, was wir eigentlich davon kriegen sollten, oder ich gerne hätte, ist der Pirate-Stuff. Guck mal, ich hab hier noch ne goldene Küste. Die können droppen, die Coin-Gun. Ihr seps, ihr seps Schlafzimmer. Goldenes Klavier. Die können droppen, die Coin-Gun. Die Coin-Gun macht, was machen die? Null Damage. Uses Coins as Ammunition. It's Damage and Velocity depend on the type of coin fired. 0,1... 0,1... 0,1... 0,1... 0,2%... Okay. Der Pirate-Stuff... Die Tür ist zugebaut, Jay. Oh. Sorry. Von der Flying Dutchman. Ich hab ganz wichtige Sachen hier gebaut. Das hat sich echt gelohnt, Piraten-Eine. Wie heißt das? Die goldene Super-Tour. Oh, ich hab ne fliegende Holländer-Trophäe. Alter. Leck mich am Arsch. Okay, wir haben also einfach Pech gehabt beim Spawn. Hab ich das richtig verstanden? Das ist richtig. Geil. Wobei jemand gesagt hat, die Kundenkarte wäre wohl ziemlich, äh... Äh, selten. Ja, die Kundenkarte ist auch eins der Items, die da aufgefüllt werden. Ja, wie sie sagt, Coingun, Cutlass, Discount-Card, Goldring, Lucky-Coin und Pirate-Stuff. Schon krass. Also die goldenen Sachen kann man wohl gut verkaufen, aber wir haben jetzt hier unser Haus so stark verschönert, finde ich. Ja, das hat sich definitiv geholfen. Wenn keiner mehr Lust hat, den Scheiß abzubauen. Alter, das sieht doch mega geil aus. Guck doch noch an der Kronleuchter, ja. Adj, Charles Leclerc, streamt gerade COD. Krass. Hat er das schon öfter gemacht? Danke. Danke. Das hat meinen Abend bereichert. Der Schale. Kann man sich jetzt jeder an der Hallowood Armor machen? Hey, wieso kommen denn die Normalpiraten? Weiß ich auch nicht, wieso die nochmal kommen, ey. Oh, Jay, nein, bitte nicht. Na gut. Sauberre, Jay. Oh, shit. Und wir müssen ja noch für Christian. Wäre schade. Wäre schade. Der Stab, nicht Amor. Deines Piraten Tier 2, by the way. Ja, die haben mich auch ganz schön schnell gekillt. Die wollen die Nurse gerade killen. Lass die Nurse in Ruhe ihr Schweine. Die sind ja schon deutlich stärker. Oh, die Nurse kommt nicht rein, weil diese Scheißkiste hier im Weg steht. Alter, ich bin gleich tot. Ich bin nicht so viel stärker. Wieder machen wir die Tür zu. Ja. Also die, die von rechts kommen, die habe ich. Kein Problem. Okay, dann helfe ich links. Tot. Hier links haben wir gerade sowieso unser schwaches Glied verloren. Deine Mutter ist ein schwaches Glied. Oh, scheiße. Ja, du bist das schwache Glied. Gold save, ne? Ja, 13 Gold. Oh, oh, die kommen jetzt wieder zu unserem Spawn rein. Ja, Seb macht dich mit hier. Ganz toll, Sebastian. Ja, wir haben ja gesagt, ich mache mal erstmal meine Armor. Wenn wir einfach das Ding starten. Oh Gott. Ich wollte mich eben erst ausrüsten. Das macht schon einen krassen Unterschied. Machst du ja meist Schaden. Ja, aber es ist auch nicht cool, wenn ich direkt sterbe. Ja, also. Ich muss ja noch nicht so mehr Mana. Chris, boah, die Nurse ein. Alter. Five Head Move. Ey, die Nurse ist zu klug für mich. Nurse, bleib doch mal hier. Seb, wieso sehe ich dich eigentlich dreimal? Wieso muss ich dich dreimal ertragen? Peter, hast du wieder zu viel Bier gesoffen? Achso. Die Hollow Rüstung dashed einen Schaden. Alle so und so sind gefunden, glaube ich. Komm schon. Peter, er ist wieder hart gesoffen. So. Nee. Ei, 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 ei. Das war schwieriger. Das war geil, die Braut dreimal zu sehen mit den geilen. Ja, die geile Braut, Junge. Vor allen Dingen, dein Kopf ist so schön. Alter, mach die Damage. Ja. Ja, eine goldene Verlieskommode. Pock. Die baue ich direkt drauf. Die ist so wichtig. Und, zack. Wann die denn wieder von Westen? Ja, ich glaube, die kommen von überall. Nein. Da kam zumindest das Flying Dutchman Schiff von links dann auch. Das stimmt, aber danach kam das von rechts. Ja, aber warum kam das eigentlich zweimal? Ja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil wir so lange gebraucht haben. Nee, die Frage, woran das hier lege, ne? Ja, woran hat das hier lege? Ja. Das weiß man nicht, woran das hier lege. Du fassest immer. Ah, da unten der Piraten-Captain. Der steht da super. Oh, da ist der Schießungskommando, ey. Der hat Pirates Cursed. Der hat so ein Geist gespawnt. Was machen die ihm immer? Oh, immer nicht. Okay. Jeden, den ich bis dann bemerkt habe, hat er den so recht gehabt. Keine Ahnung. Das ist der Gegner. Na ja. Same. Hast du rechts gedeckt, Zapp? Die Nurse, wenn die jemand sucht, ist übrigens rechts eingebaut. Oh, da ist der Schiffchen. Links? Tot. Das weiß ich noch nicht. War tot. Ich bin tot. Ach so, ich dachte, du hast das Schiff kaputt gemacht. Was war das für ein Misscall? Weil ich so richtig Schaden mache. Ja, du bist doch voll der krasse Dude. Warte mal, können wir das wieder festzern? Ja, lass mal hier vorne wieder, lass mal wieder hier stehen. Dieses Schiff hat aber auch nicht den Preis der besten KI gewonnen, ey. Anti-Dodgeman-House. Nice. Jetzt kommt wieder einer und schießt einen komischen Pfeil und ich bin froh. Aber die krasse Flying Dutchman, ne? Die, die, nee. Die Piraten können wir auch nicht festsetzen. Aua. Können wir auch nicht festsetzen. Oh mein Gott, sind die auch nicht viele. Oh shit. Oh, ich habe mich verklickt. Alter Peter, das ist dein fucking Ernst. Cthulhu. Ist das dein scheiße Ernst? Peter, Alter, wie kann man denn sowas machen? Peter, Alter. Alter, das ist ja noch schlimmer, ey. Ich habe doch heute kein Alkohol getrunken. Peter, Alter, Peter ist irgendwie freifach. Nein, ich bin nur getrunken. Weil ja noch nicht stressig genug ist alles, ne? Oh Gott, ey. Peter, ey. Was hast du denn eigentlich da gemacht? Wieso hast du überhaupt die Waffe gewechselt? Ja, weil ich meine Ballista spawnen wollte. Stimmt, ich hatte die Eier aufgesteuert. Ich habe den Sporteig auf Cthulhu. Komplett. Ja, ich kite die einfach alleine. Gar kein Problem. Ich habe die auch nicht auf so einem aktiven Slot. Die Nurse ist weg. Die Nurse ist wieder in-house. Ja, nice. Oh Gott. Und da ist ein Captain, der direkt campt. Oh Gott. Jetzt ist das Schiff unten. Die Gehonen hinter mir. Wo seid ihr? Was macht ihr die ganze Zeit? Ich bin direkt wieder tot. What the fuck? Ich habe einen hitgekriegt. Ja, da ist ein Pirat unten im Spawn. Nee, oben im Auge. Okay, ich zieh sie weg, Leute. Ich zieh sie weg. Kein Problem. Peter zinkt das weg. Ja, ey. Also. Das ist halt wirklich das Schlimmste. Ja, mach das Auge rein. Lass uns doch noch den Mechanischen. Scheiße, okay. Die kommt, die kommt, die kommt. Ich starte jetzt noch ein Skeleton draufgeschissen. Nein. Jetzt waste du das doch nicht einfach aus Dumpfug. Wenn Peter rein treu, darf ich das doch auch. Ich habe dich rein getroffen. Ich war nur verwirrt. Peter treu ja auch zu, dass er so verwirrt war. Okay, ich habe immerhin die Agro von dem einen. Ich bin ein Papagei. Scheiße, das heißt, wenn du die verloren hast. Ach, ich sie. Ja, dann hast du die. Okay, jetzt aber. Komm, ein großer Moment. Ach, die Piraten. Scheißviecher, ich habe mir auf das Auge gepasst. Ey, Peter ist heute auf jeden Fall MVP. Oh Mann, jetzt geht auf jeden Fall der Deathcounter. Ich ziehe das Auge wieder weg. Also die Sterne, die davon will fallen, die sind ganz gut. Die machen Piraten zumindest weg. Oh Gott, nein, jetzt ist das Schiff. Ja, auf jeden Fall das Schiff geht. Das Schiff habe ich nicht gespawnt, Jay. Dann kannst du dich mal da in deine eigene Hände nach Hause fassen. Ja, heilen am Spawnen, Leute. Das ist lustig. Das ist aber nicht so einfach. Das ist wahr. Ja, voll danke. Also ich beschäftige hier die ganze Zeit zumindest das eine Auge. Also ich beschäftige auch ungefähr alles, was geht. Aber jetzt beschäftige ich das sofort leider nicht mehr. Oh Gott. Nein, ich suchte so viel. Also wenn man die ja am Tag auch machen kann, bleibt hoffentlich das Schiff und die Augen verschwinden, wenn das gleich Tag wird. Ja, aber ich glaube, wir sind gerade alle gestorben. Jetzt geht alles weg, Peter. Danke. Jetzt ist alles weg. Der ist noch da. Oh, die Piraten sind noch da. Nur das Auge ist weg. Ja, guck mal. Peter, da kommen Granaten von oben. Das sind super viele Piraten am Spawn. Oh Gott, die sind im Spawn wieder. Die sind im Spawn. Oh Gott. Ich bin tot. Ich bin sofort tot. Alter. Der müsste mal ein bisschen good getten hier, ihr Lappen. Ach, komm schon. Ich will doch nur zum Herzen fallen. Ist hier auch schon wieder so ein Kapitän. Nein, ich glaube, ich habe... Doch, das Stück habe ich schon schaden gemacht. Was wenigstens Pirates der Fall. Alter, da kommt direkt das nächste Schiff. Was? Wollt ihr mich verarschen? Ja, aber das ist super, das ist super. Das Schiff, das kriegen wir Isen tot. Einfach oben auf das Dach. Ich weiß, dass später gerade jemand gesagt hat. Ich wollen jetzt einfach noch die Augen nochmal. Oh mein Gott, ich bin tot. Warum denn? Alter, das ist einfach... Jetzt können wir die Augen machen. Nein, das Schiff liegt weg. Das Schiff liegt weg. Ja, ja. Alter, wie lange ich da diesen Kapitän gesessen habe. Warum kriegst du so viel Scham? Hä? Ach, der Papagei. Oh man. Ja, der Papagei, der backsteppt immer. Auf den habe ich gar nicht geachtet. Ich habe mich nur gefreut, dass ich die Flying Dutchman eingreife. War die alle tot gerade? Ja. Ach, Jay. Warum? Der Jay, das ist jetzt auch nicht lustig. Der Weltenfresser, der haut dir direkt ab, die Sau. Ja, aber von den Kiraken, die dann brauche ich wirklich was. Ja, die Börsen will ich ja auch haben. Die waren doch kaputt. Der Weltenfresser war einfach der erste Wurm. Ach so. Da kann er eh nix. Ach so. Ach so, ich bin hier irgendwas Dickes jetzt worden. Ich glaube, er ist das Schiff gerade weggeflogen. Jetzt ist es nicht mehr lustig. Ja, er ist weggeflogen. Ich glaube, weil wir es geschafft haben. Ja, aber da explodiert doch das Schiff. Wir haben 100%. Also hier rechts sind noch Piraten. Aber das Schiff geht doch kaputt. Das fliegt doch nicht einfach weg. Ich glaube nicht. Doch, wenn du die 100% hast, dann kommen einfach unendlich Schiffe. Ja, genau. Das ist halt das. Cool. Okay, was brauchst du, Christian, davon? Ich habe eine Augenklappe. Das wird aber besser. Ich habe ein Entermesser. Goldener Krum. Eieiei. Entermesser ist doch nicht krass. Naja, das ist nicht krass. Wir müssen doch die Grabsteine, glaube ich, hier wegmachen. Wo sind die denn alle? Ja, ich habe schon nach rechts angefangen. Direkt mit den Grabsteinen. Ich gucke sofort, was ich im Inventar habe. Oh Gott. Ich bin immer noch gar nicht gestorben. Ja, schon das ein oder andere Mal. Ja, das Schöne ist, wenn wir im Haus sterben, können wir keine Grabsteine mehr spawnen, weil da einfach kein Platz mehr ist. Okay, was habe ich denn hier Feines? Obelisk? Nee, das ist ja ein Grabstein. Goldener Grabstein. Eine goldene Badewanne haben wir noch. Die hatten wir noch nicht. Und eine goldene Laterne hatten wir auch noch nicht. Sie haben eine goldene Klappe? Was ist das denn? Die liegt ja auch schon. Die habe ich auch schon hier als Podest, um schön aufzubauen. Oh Gott. Das ist halt, oh Gott. Christian, hier oben musst du alles hinbauen. Das ist wichtig. Ich glaube, ihr habt diesmal nichts wirklich gekriegt. Ich habe eine Herzlaterne abgebaut. Auf jeden Fall keinen Stab. Kannst du hier so ein Enter-Messer gebrauchen? Nee, ich habe selber Enter-Messer. Wo baut man die denn hin? Danke. Das sind wichtige Sachen. Ja, schick. Ich habe noch eine Dutchman. Was ist das denn? Oh, hier. Peter, ich habe noch etwas für dich. Danke. Ja, das brauchst du bestimmt. Das brauchst du bestimmt. Das ist mir jetzt gerade Crap, oder was? Alter, du hast mir auch mehr Crap zu geben. Das braucht es bestimmt. Guck, hier hat ein Freiburg. Was ist das denn? Oh, Piraten. Piraten-Banner hier. Guck mal. Warte hier. Zack. Ach, das ist ein Mine-Card. Das macht mal mehr Schaden bei den Piraten. Leute, ich habe ein Mine-Card gefunden. Das ist eigentlich super und eine Fliegende Holländer-Trophäe. Die kann platziert werden. Hier. Danke. Die habe ich auch schon platziert, die Fliegende Holländer-Trophäe. Da, die liegt da. Hier, rechts. Ja, die muss so eine Wand. Das ist ja richtig krass. Alter, hier ist ja richtig krass. Hast du nicht eine schöne Wand oder so? Oh, ich habe noch mal einen Papageien-Banner, damit wir mehr Schaden bei den Papageien machen. Ja, ist aber auch wichtig. Boah. Oh, ich habe auch noch Piraten-Matrosen-Banner. Also, muss ich schon sagen. Alter, wofür haben wir die Scheiße jetzt gemacht, ey? Das ist einfach der schlechte Dreck, den es gibt. Nein, Chris, der braucht den Stab. Wofür haben wir die ganzen Mimics eigentlich gemacht? Der Stab, der kommt, der nie kommt, ey. Nein, der Stab, der nie kommt. Oh, du Scheiße. Ich habe leider nicht mehr Piraten-Karten. Der Stab, der nie kommt, ey. Wie viele Mimics haben wir denn gemacht? Ja, zu viele. Danke. Huren-Mimics, ey. Unterhut. Ja, okay, dann müssen wir jetzt Piraten-Karten farmen, oder was? Achso, wer dazu geht jedes Mal weg? Ja, natürlich, dann packst du den, Peter. Ah, ja. Und wie kommt man da dran? Ich farme mal Light und Night. Was ist denn Light und Night? Leider nein, leider gar nicht. Die Soul. Achso, dann für den Boss, meinst du? Für den Skeleton. Aber war ein Versuch wert. Ja, und ansonsten, äh, puh, weiß ich gar nicht, was wir noch machen können. Der Stab, Christian, ist der eigentlich, äh, geil? Das weiß ich nicht. Piraten-Stab. 40 Damage hat der. Ich bin bei... Der Stab ist nicht gut, die kommen nirgendwo dran. Okay, das ist ja dumm. Ja, aber die Augen kommen auch nirgendwo dran. Also, der nächste Stab, den ich bräuchte, wäre halt... Also, Rüstung ist Tiki-Armor nach Planterra. Und Stab... Ich glaube, es gibt Morningwood, es gibt echt Morgenlatte. Geil. Morningwood heißt Morgenlatte? Ja. Ah, ich muss mal schütteln. Ist Peter gerade eingefallen. Ah, Peter daran erinnert an seine Morgenlatte. Äh, Stab... Es gibt super viele Stäbe, ähm... Aber ich glaube, Stab könnte entweder der Pygmy-Stab sein, von Planterra. Ja, wir müssen jetzt als nächstes Skeleton machen. Ja, ja. Ja. Das ist klar. Aber der wird richtig hart. Also, Skeleton wird... Uff. Sollte sich auf jeden Fall jeder seine geile Rüstung machen. Ja, Holod-Rüstung habe ich schon seit Ewigkeiten. Die benutze ich schon seit der ersten... Seit der ersten Mal. Seit dem ersten Mal tatsächlich. Überraschlich. Seitdem wir den... Die zieht mir zu viel Damage und zu viel... Äh... Minions. Ah, okay. Kann ich verstehen. Na, scheiße ist. Auch mit dem... Mit dem Helm? Der Helm macht einen Minion. Ich habe insgesamt drei Minions. Nur durch den Helm? Durch den Helm habe ich einen. Ja, also... Aber die... Die restliche Helo-Rüstung hat doch nicht viel mehr. Achso. Welche Rüstung hast du denn gerade? Die Spinnenrüstung. Warte mal. Okay. Heloed Bar. Daraus macht man die... Heloed Arma. Oh mein Gott. Natürlich verdrück ich mich, Alter. Äh. Die Beine. Was sind denn die besten Flügel, Chad? Bist du ja, bau den Megashark. 7% increased damage. Increased movement speed. Der Megashark ist sicherlich gut, wahrscheinlich. Ja, aber da muss ich doch auch, da muss ich doch nicht auch anfangen, die ganze Zeit hier diese 100 zu farben. Das ist völlig banane. Nee, musst du nicht. Megashark ist einfacher. Megashark ist entspannter. Macht aber nicht so viel Schaden wie halt die Idee da los. Ich finde das fliegende Messer gar nicht so schlecht. Ja, das hat irgendwie nur 47 Schaden, aber das kann ich halt überall machen. Ich kann mich halt einbauen und dann geht das los. Dann geht das los. Die Truhe hier soll weg. Ah, was? Wie soll ich denn die ganzen Sachen da rauskriegen? Danke. Ja, müssen wir mal beraten, was wir als nächstes machen. Das müssen wir aber dann nächstes Mal machen, denn wir sind eigentlich so gut wie fertig. Also ich denke, wir sind jetzt gleich durch. Dann müssen wir mal noch gucken, was wir überhaupt noch tun und wann wir das vor allen Dingen machen. Das ist noch so eine andere Frage. Chickenwings sind die geilsten. Ja, das stimmt. Okay, Deathcounterangaben ohne Gewehr. Jay, 126, Sepp 145, Peter 159, Chris 110, Bram 55. Ah, das hört gut. Ah, guck mal. Bram wäre nur, äh, 55 nur. Der hat gar nicht wirklich gesammelt. Morgen 12 Uhr. Ne, das wissen wir alles noch nicht. Ich glaube, da müsst ihr tatsächlich mal bei uns auf Twitterchen achten. Würde ich mal behaupten. Ansonsten, ja, das war ganz geil und ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht so den Status, wo ich sagen muss, ne, lass mal Terraria nicht weitermachen. Ne, ich will unbedingt jetzt weiterspielen. Also jetzt ist doch erst mal gerade der geile Scheiß. Also jetzt will ich halt wissen, wie es weitergeht. Hab keinen Zwiller, dann mach dir nicht. Das Game erst an. Frag mich halt, wie viel Gameplay das noch ist, wie viele Tage man da noch dran sitzt. Weißt du, wenn man jetzt, irgendwann morgen oder wann auch immer nochmal so ein 12 Stunden Tag oder vielleicht müsst ihr nicht 12 Stunden sein. Warum keine Peitsche, die mit Beschwörerschaden skaliert? Keine Ahnung. Äh, die skaliert doch, hä? Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Content. Ja. Ich will auch noch Golf spielen eigentlich. Ja, können wir auch noch machen. Wir haben noch genug zu tun. Mit eurem Stream einen Monat. 50 Stunden noch. Okay. Zwei bis drei Tage, vier bis sechs Tage, zwei Wochen noch. Vier bis sechs Tage, als ob da noch vier bis sechs Tage übrig sind. Holy shit. Ja, also ich glaube schon, mit dem, was die alles da reingestoppt haben. Ich glaube auch, dass du noch sehr viel farmen musst, damit du besser wirst. Noch zweimal zwölf Stunden und ihr seid durch. Okay, der Chat ist sich uneinig. Die einen sagen noch zweimal zwölf Stunden, die anderen sagen, wir haben gerade angefangen. Safe idea. Ja. Zwei bis drei Tage, zwei Wochen. Ja, gucken wir mal. Also wir werden uns da beraten, wie wir das machen. Wir werden euch das sagen, ab wann wir das machen. Morgen bitte ab 14 Uhr, vorher kann ich nicht. Ja, schade. Aber viel Glück bei Englisch, Abi. Und ansonsten sind wir durch für heute. Ich glaube, das war ein sehr ergiebiger Tag, war sehr lustig. Ja. Einiges geschafft. Sehr viele Motiven. Ja. Stimmt. Wir hatten ja heute auch zwischendurch mal den Emote-Chat. Ansonsten ist gerade noch der Farbenhänderer, der hat ein gelbes Gegengesicht, Farben sprühen, Kelch, Poponen, Umhang und Lebensformanalysator. Oh mein Gott. Brauchen wir da irgendwas von, bevor ich jetzt ausmache? Das ist denn der Lebensformanalysator. Den Lebensform hat er letztes Mal auch gehabt. Zeigt den Namen von seltenen Kreaturen an mich herum an. Gut, dann wünsche ich allen eine gute Nacht. Ich danke vielmals allen, die heute gesuppt haben, gechiert haben, gespendet haben. Vielen, vielen Dank. Und dann sehen wir uns im demnächst. Demnächst. Macht's gut. Tschö. Tschüss. 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 Tschüss.